1991, Charlotte, North Carolina. Kim ist damals 21 und gerade erst hier hingezogen. Sie arbeitet in einer Cocktailbar. Sie war sehr offen und fröhlich. Sie war ein Sonnenschein. Sie hatte immer ein Lächeln im Gesicht, ein warmes, liebevolles Lächeln. Kim ist auf dem Land aufgewachsen. Ihre große Leidenschaft sind die Pferde. Sie verbrachte jede freie Minute auf dem Rücken der Pferde. Tiere waren ihre Leidenschaft und sie wollte eine Pferdefarm aufbauen. Kims Lebenstraum ist ziemlich kostspielig. Deshalb arbeitet sie in einem Club in Charlotte und legt jeden Cent beiseite. Dort trifft sie auch den Mann, der ihr Leben verändern wird, Bridger Madeline. Bridger war Discjockey. Und die beiden haben sich angefreundet. Sie war sehr lebensfroh und lächelte immer. Deine Musik kommt gut an. Naja, gefällt sie dir? Sie sagte, er sei ein toller DJ, aber sie seien nur Freunde. Soll ich dich zum Auto bringen? Ja. Doch aus der Freundschaft wird bald mehr. Sie erzählte immer wieder von ihm und dass sie sich immer öfter trafen. Er war damals ziemlich umtriebig und ich habe mir Sorgen gemacht, weil ihr Verhältnis immer enger wurde. Ich habe auch mit Kim darüber gesprochen. Doch Kim ist davon überzeugt, dass Bridger genau der Richtige ist. Und er scheint ihre Pläne mitzutragen. Ich weiß nicht, ob er sich damals schon für Pferde interessierte. Doch dann wollten sie die Farm gemeinsam gründen. Ich war zwar DJ, aber meine Eltern stammten beide aus Pharma-Familien. Meine Wurzeln. Sie hat mich überzeugt. Nach acht Monaten macht Bridger ihr einen Antrag. Kim hat diesen Ring geliebt. Sie war überglücklich. Kim war sehr glücklich. Am 17. September 1994 heiraten die beiden. Sie ziehen nach Monroe, einer kleinen Gemeinde etwa 50 Kilometer von Charlotte entfernt. Das ist ein Ort wie in der guten alten Zeit. Bridger war dort aufgewachsen und kannte jeden. Und Kim liebte Monroe. Das frisch verheiratete Paar kauft ein Stück Land. Die beiden wollen Kims Traum verwirklichen. Zuerst kam der Pferdestall. Wir hatten damals erst drei oder vier Pferde und eine Ziege namens Oscar. Damals standen wir noch ganz am Anfang. Als nächstes planen sie das Wohnhaus mit Blick auf die Zukunft. Wenn das mit der Farm klappte, wollten sie auch Kinder haben. Doch schon bald tauchen die ersten Geldsorgen auf. Jeder Cent zählt. Beide waren sehr eingespannt und es gab immer wieder Streit. Kim nimmt einen weiteren Job an. Sie arbeitete auf der Vieh-Auktion. Und sie hatte ja noch diesen Job in dem Men's Club in Charlotte. Doch die Arbeitszeiten sind ungünstig. Und das Klientel ist nicht immer das Beste. Hey Süße, warte doch mal! Ich hab mir Sorgen gemacht. Kim ist sicher, dass sie mit solchen Leuten fertig wird. Nein, danke. Auch Bridger macht Extraschichten. Manchmal fährt er Hunderte von Kilometern, um auf einer Party oder einem Event aufzulegen. Und dann die ganze Nacht zurück nach Hause. Eine Gage. Ich dachte, nach einem Jahr hätten sie das Geld zusammen. Am 28. März 1997 legt Bridger auf einer Party in South Carolina auf. Kim arbeitet an diesem Abend im Men's Club. Wie üblich telefonieren die beiden. Wir haben uns immer auf dem Handy angerufen, damit wir wussten, wann der andere nach Hause kommt. Um 3.45 Uhr wird die Polizei von Monroe zu einem verdächtigen Fahrzeug auf dem Old Charlotte Highway gerufen. Jemand hatte einen roten Jeep bemerkt, der mit laufendem Motor am Straßenrand stand. Es war jedoch niemand zu sehen. This is the Monroe Police. Is anyone out there? Die Beamten stellen schnell fest, dass der Wagen Kim Madlin gehört. Handy und Brieftasche lagen auf dem Sitz, allerdings fehlte der Führerschein. Während die Polizisten rätseln, warum Kim ihren Wagen unbeaufsichtigt stehen ließ, klingelt ihr Handy. Ich bin aufgewacht und Kim war noch nicht zu Hause, also rief ich sie an und bekam den Schock meines Lebens. Ein Mann ging ran. Wer ist da? Hier ist Kim Madlins Mann, und wer sind Sie? Detective Haug, Polizei Monroe. Ich kannte den Polizisten, so wie jeder hier alle Polizisten kennt. Er sagte, wir haben Kims Jeep gefunden, sie ist aber nicht hier. Ich sagte, ich komme. Als Britscher eintrifft, ist bereits ein ganzes Polizeiaufgebot versammelt. Ich bin Ihr Ehemann, was ist los? Er war sehr aufgebracht. Wann haben Sie zuletzt mit ihr gesprochen? Ungefähr halb drei. Britscher berichtet, er habe Kim angerufen, als er nach Hause kam. Er sei eingeschlafen, während er auf sie wartete. Als er aufwachte, war Kim immer noch nicht da. Wir hatten sofort ein ungutes Gefühl. Es war die Nacht von Karfreitag auf Samstag. Er war in Panik. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Irgendwas stimmt nicht. Er schrie, irgendwas ist passiert. Kim wird vermisst. Wir müssen hin. Im Morgengrauen beginnt die Polizei von Monroe. Eine umfangreiche Suchaktion entlang des Old Charlotte Highway. Wir kannten sie ja alle und wir haben verzweifelt nach ihr gesucht. Am Nachmittag machen zwei freiwillige Helfer ein paar Kilometer von Kims Auto entfernt eine Entdeckung. Sie bemerkten einen Haufen Laub in der Nähe der Straße. Sie haben uns sofort verständigt. Hier ist was. Ich glaube, sie ist es. Detective Bobby Hawk und seine Helfer kommen zu spät. Sie können nur noch Kims Tod feststellen. Alle sind schockiert. Es war eindeutig Mord. Mein Mann und ich waren am Boden zerstört. Wir haben das Telefon ausgestellt, die Lichter ausgemacht, die Türen verschlossen und haben uns ins Bett verkrochen. Die Polizei von Monroe beginnt mit der akribischen Untersuchung des Fundorts der Leiche. Wir haben sofort Unterstützung von der Staatsanwaltschaft bekommen. Sie schickten uns extra ein Experten-Team. Kims Körper lag unter einem Haufen Laub. Die Spurensicherung hat die Leiche freigelegt. Dann wurde sie fotografiert. Wir wollten auf keinen Fall etwas übersehen und haben alles sichergestellt. Man weiß ja nie. Wir haben jeden Stein umgedreht. Sämtliche Hinweise kamen ins Kriminal-Labor von North Carolina. Der Fall wurde mir übertragen. Ich musste jedem noch so kleinen Indiz nachgehen. Finger- und Fußabdrücke erkennen und mit den Abdrücken, die wir im System hatten, vergleichen. Dasselbe mit Reifenspuren. Je besser die Spuren erhalten sind, desto brauchbarer sind natürlich auch die Laborergebnisse. Detektiv Haug sichert jedes noch so kleine mögliche Beweisstück. Aber offensichtlich war der Mörder vorsichtig, denn viele Spuren hat er nicht zurückgelassen. Manchmal bekomme ich einen Berg an Fundstücken, die aber überhaupt keine Ergebnisse bringen. Im Fernsehen sieht man immer, dass überall Fingerabdrücke und DNA sind. Aber meistens findet man nichts. Was macht man dann? Es war kein Raubmord, denn ihre Brieftasche lag auf dem Autositz. Ihr Sweatshirt war zwar hochgeschoben, aber laut Gerichtsmedizin wurde sie nicht vergewaltigt. Die Autopsie ergibt, dass Kim erwürgt wurde. Sie hat mehrere Knochenbrüche und Hämatome am Kopf. Es war ein Anfall von blinder Wut. Die Ermittler müssen sich ein genaues Bild von Kims Leben machen. Jedes Detail aus ihrem beruflichen oder privaten Umfeld könnte die entscheidende Information enthalten und zu ihrem Mörder führen. War jemand so wütend auf Kim, dass er sie umgebracht hat? In 95 Prozent der Fälle ist es entweder der Freund oder Ex-Freund oder der Ehemann oder Ex-Ehemann. Der Verdacht fällt sofort auf Bridger Madeline. In einem kleinen Ort wie Monroe kennt zwar jeder jeden, doch was sich hinter den vier Wänden abspielt, wissen die Ermittler nicht. Gab es in der Ehe dunkle Geheimnisse? Ist Bridger möglicherweise durchgedreht? Bei der Beerdigung meinten einige, er habe es wegen der Lebensversicherung getan. Geldsorgen gehören zu den größten Stressfaktoren einer Ehe. Und die Ermittler wissen, dass beide rund um die Uhr gearbeitet haben. Sie hatten ihren Fokus nur auf die Farm gerichtet. Ich dachte, es war Bridger. Das war die einfachste Erklärung. Es gab viele offene Fragen. Und einen ersten Hinweis. Ein Polizeibeamter von Monroe gibt an, Bridger in der Nähe des Tatorts gesehen zu haben. Und zwar um 2.30 Uhr. Zu der Zeit also, als Bridger behauptet, bereits zu Hause gewesen zu sein. Der Beamter hat geschworen, dass er Bridger zum fraglichen Zeitpunkt in seinem Auto gesehen hat. Die Polizei vermutet, dass das genau der Zeitpunkt war, als Kim verschwand. Hat Bridger in der Nacht bewusst die Unwahrheit gesagt? Oder war er einfach zu aufgebracht und hatte sich geirrt? Als ich nach Hause kam, habe ich sie nochmal angerufen. Am nächsten Morgen wird Bridger im Polizeirevier vernommen. Sie sind also um 2.30 Uhr nach Hause gekommen. Zu der Zeit hat sie aber eine Polizeistreife gesehen. Haben Sie eine Erklärung? Bridger schildert die Nacht aus seiner Sicht. Er sei auf dem Rückweg von South Carolina gewesen. Kim habe gerade ihre Schicht beendet und war ebenfalls auf dem Weg nach Hause. Ich habe sie um viertel oder zwanzig nach zwei angerufen. Bin unterwegs. Sie bat mich noch nach einem Pferd zu sehen, das gerade operiert worden war. Guckst du nochmal nach Domino? Ich habe ja gesagt. Dann habe ich Kim wieder angerufen. Wie geht's ihm? Gut, habe ich gesagt. Sie war gerade auf dem Old Charlotte Highway. Bin in 20 Minuten da. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Daraufhin sei er eingeschlafen, erzählt Bridger. Als er wieder aufwachte und Kim nicht da war, habe er sie wieder angerufen. Doch die Ermittler glauben ihm nicht. Um 2.30 Uhr hat ihn die Polizeistreife in Downtown Monroe gesehen. Da bin ich aber erst entlang gefahren, nachdem ich sie am Telefon hatte. Um 4 Uhr morgens. Ich habe mit ihrem Verschwinden nichts zu tun. Damals wusste ich nicht, dass 95 Prozent der Morde an Frauen von Verwandten oder Bekannten begangen werden. Entweder war ich naiv, oder ich hatte mir einfach nie Gedanken darüber gemacht. Ich konnte überhaupt nicht dort gewesen sein. Das war schlimm. Die Ermittler hoffen, dass die Aufnahmen einer nahegelegenen Bank Aufschluss geben. Die Kamera hat die Autos auf der Straße aufgenommen. Wird die Kamera Bridger als Lügner entlaufen? Bridger selbst streitet alle Vorwürfe ab und bittet die Polizei doch endlich, den wahren Mörder zu suchen. Und er hat sogar eine Vermutung, wer das sein könnte. Vor ein paar Wochen hätten zwei Männer versucht, Kims Wagen abzudrängen. Auf dem Nachhauseweg wurde sie belästigt. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall auf derselben Straße, auf der Kims Auto gefunden wurde. Niemand wäre ihr fast reingefahren, zwei Wochen vor dem Mord. Damit ist Bridger zwar nicht aus dem Schneider, doch im Moment haben die Beamten keine ausreichenden Hinweise, um ihn festzunehmen. Die Ermittler gehen dem Vorfall auf dem Highway nach. Kim konnte aber weder den Fahrer noch das Auto genauer beschreiben. Deshalb konzentrieren sich die Ermittler ganz auf die Bilder der Überwachungskamera. Kims Familie steht noch immer unter Schock. In so einer Situation helfen nur Freunde, die Familie und dein Glaube. Am Abend vor der Beerdigung kamen über 1500 Menschen zu einer Gedenkveranstaltung. Sie war honnert. Sie war sicher. Nach dem Osterwochenende können die Ermittler endlich das Filmmaterial der Überwachungskamera auswerten. Doch zur fraglichen Zeit taucht Bridgers Auto nicht auf. Der Polizist hatte zwar ausgesagt, ihn gesehen zu haben, aber er war's nicht. Stattdessen fuhr Bridger um 4.10 Uhr durch Downtown Monroe. Kurz bevor er am Fundort von Kims Auto eintraf. Er hatte ein sehr auffälliges Auto. Bridgers Angaben stimmten. Auch die Mobilfunkdaten unterstützen Bridgers Aussage. Ihr letztes Gespräch wurde von einem Funkmasten übermittelt, der sich ganz in der Nähe des Ortes befand, wo ihr Auto gefunden wurde. Und Bridger hat tatsächlich von zu Hause aus telefoniert. Das bewiesen die Daten der Telefongesellschaft. Ich liebe dich auch. Tschüss. Die Ermittler stehen wieder am Anfang. Sie rekonstruieren die Ereignisse von dem Zeitpunkt ab, an dem Kim den Club in Charlotte verlassen hat. Vielleicht können sie Mans Club mehr erfahren. Möglicherweise hatte sie jemand vom Club aus verfolgt. Oder sie hatte jemanden kennengelernt. Wir hatten eine ganze Menge von Vermutungen. Detektiv Hauk spricht mit Kims Kollegen und dem Manager des Clubs. Doch niemand scheint etwas Ungewöhnliches bemerkt zu haben. Die Ermittler untersuchen noch einmal den Vorfall mit dem aggressiven Drängler. Auf dem Nachhauseweg wurde sie belästigt. Und sie stoßen auf ein möglicherweise wichtiges Detail. Laut Polizeibericht vom 15. März nahm Kim denselben Nachhauseweg wie jeden Abend. Um etwa 2.30 Uhr fährt sie Richtung Monroe. Vor ihr fuhr ein langsamerer Wagen. Die Insassen fühlten sich wohl von Kims Scheinwerfer geblendet. Denn als Kim überholt hatte, klemmten sie sich an ihre Stoßstange. Auf dem Old Charlotte Highway geht es normalerweise ruhig zu. Solche Drängeleien sind selten. Kim bekam Angst. Als sie in der Stadt ankam, war der Wagen immer noch direkt hinter ihr. Kim fürchtet, dass der Drängler ihr bis nach Hause folgen könnte und versucht zu entkommen. Sie bemerkte mehrere Streifenwagen und ist direkt auf sie zugefahren. Der andere Wagen fuhr weiter. Zwei Männer haben mich verfolgt. Sie wollten mich rammen oder vielleicht nach Hause verfolgen. Tatsächlich macht die Polizei den Wagen ausfindig. Verkehrsrouties. Sie gaben an, dass Kim sie belästigt hätte mit ihrem Fernlicht. Sie behaupteten, es sei ein Missverständnis gewesen. Zwei Wochen später wird Kim auf demselben Streckenabschnitt ermordet. Wer waren diese Männer? Wollten sie sich vielleicht rächen? Aufmerksam studiert Detective Hawk den Polizeibericht. Darin steht, dass sich Officer Roger Griffin persönlich der Sache angenommen und Kim polizeiliche Hilfe angeboten hat. Ich fahre immer Mittwoch, Donnerstag und Freitagnacht hier durch. Könnten Sie ein Auge auf mich haben? Klar, er instruiert sogar seinen Sohn George, der ebenfalls Streifenpolizist ist, auf Kim zu achten. Ich sag auch den Kollegen Bescheid. Er hat alle Kollegen informiert. Sie sollten darauf achten, ob ihr jemand folgt. Sie kommt immer so gegen zwei Uhr dreißig. Kim fühlt sich nun wieder sicher. Sie vertraut auf den Polizeischutz. Jetzt hatte sie ein paar Schutzengel da draußen. Doch wie konnte es passieren, dass sie trotzdem ermordet wurde? Die Ermittler konzentrieren sich auf die beiden Verkehrsrowdies. Haben sie ein Alibi für die Tatnacht? Von jedem Hinweis erhofften wir uns die Lösung. Und? Sie waren's nicht. Die Alibis der Verkehrsrowdies sind wasserdicht. Die Ermittler versuchen herauszufinden, mit wem Kim in den vergangenen Wochen Kontakt hatte. Und es gibt noch ein Detail, das Detective Hauke keine Ruhe lässt. Ihr Jeep stand mit laufendem Motor am Straßenrand. Das einzige, was fehlte, war ihr Führerschein. Könnte eine Polizeikontrolle gewesen sein. Kim hätte nur angehalten, wenn sie dazu gezwungen worden wäre. Doch im Polizeibericht dieser Nacht steht nichts von einer Kontrolle. Es gab jedoch einen Unfall, den der junge Polizist Josh Griffin aufnahm. Ich rufe gleich zurück. Sie haben am 29. März einen Unfall aufgenommen. Jeder wusste, dass sie in dieser Nacht unterwegs war. Ich hab ihn gefragt, war sonst noch was? Nein, war eine ruhige Nacht. Alkoholkontrolle? Nein. Doch Josh erinnert sich an etwas anderes. Einige der Polizisten hatten in den Streifenwagen damals CB-Funk installiert. Ich hörte, wie die Kollegen sich über eine hübsche Blondine in einem roten Jeep unterhielten. CB-Funk kann jeder empfangen. Vielleicht hat jemand mitgehört, als sich die Polizisten über Kim Madeline unterhalten haben. Jemand, dem es nicht um ihre Sicherheit ging. Doch wer könnte das sein? Es gibt sogenannte Blaulicht-Banditen. Sie geben sich als Polizisten aus und kontrollieren Autofahrer. Besonders gerne Nacht. Vieles deutete auf eine vorgetäuschte Polizeikontrolle hin. Jemand könnte sich ein Blaulicht besorgt, Kim angehalten und entführt haben. In Monroe hat es bis zu diesem Zeitpunkt jedoch keinen solchen Fall gegeben. Die Ermittler befragen die Kollegen in den Nachbarrevieren und erhalten wichtige Informationen. Damals gab es zwei von diesen Blaulicht-Banditen. Sie haben nachts Frauen angehalten und erschreckt. Haben sie etwas mit dem Mord an Kim zu tun? Einer ist schon schlimm genug, aber gleich zwei. Die Ermittler konzentrieren sich ganz auf die Suche nach den beiden Verdächtigen. Es kam gerade rein. Sie haben einen. Der Mann heißt William Long. Doch Long sitzt seit dem 20. März im Gefängnis. Kim wurde erst eine Woche später ermordet. Deshalb scheidet er als Täter aus. Den anderen Blaulicht-Banditen konnte die Polizei noch nicht ausfindig machen. Seine Vorgehensweise ist immer dieselbe. Er fuhr einen dunklen Wagen mit Polizeilichtern auf dem Armaturenbrett. Er fuhr hinter jungen Frauen her, schaltete das Licht ein und hielt sie an. Dann hat er sie bedrängt. Detektiv Haug wendet sich an die Opfer, um eine möglichst genaue Täterbeschreibung zu erhalten. Es geht um den Mann, der sie angehalten hat. Doch der zweite Blaulicht-Bandit bleibt unauffindbar. In der Zwischenzeit hat der Sachverständige Rick Navarro jedes Detail untersucht. Auch Kims Kleidung. Und er macht eine Entdeckung, die die Blaulicht-Banditentheorie unterstützt. Auf Kimberley Medleins Sweatshirt fand ich einen Abdruck. Es sah nach einem Schuh aus. Und in der Sohle war ein ganz typisches Winkelstreifenmuster zu erkennen. Rick Navarros Entdeckung platzt wie eine Bombe in die Untersuchungen. Dieser Abdruck passte genau zu den Stiefeln, die Polizisten tragen. Entweder war der Mörder selbst Polizist oder er trug die typischen Polizeistiefel, um sich als Polizist auszugeben. Dem Spezialisten für Forensik gelingt es sogar, das exakte Schuhmodell und die Schuhgröße herauszufinden. Diese Informationen könnten die Ermittler direkt zu Kims Mörder führen. Der Schuhabdruck stammte von einem Thorogood Clarinos-Schuh. Nur dieser Schuh hat eine solche Sohle. Rick Navarro erfährt, dass nur ein Schuhgeschäft weit und breit diesen Schuh führt. Und es gibt auch nur einen Abnehmer. Die Polizei von Monroe. Alle Polizeistiefel hatten dieses Winkelzeichen-Muster. Die Ermittler kommen zu einem erschreckenden Schluss. Kims Mörder hat sich nicht als Polizist ausgegeben. Er ist selbst Polizist. Niemals hätte ich vermutet, dass es einer von meinen Männern war. Niemand konnte es glauben. Polizisten galten hier doch noch als Helden. Die Hinweise lassen keinen anderen Schluss zu. Jedoch tragen etwa 150 Polizisten diesen Stiefel. Jeder von ihnen könnte es gewesen sein. Doch Rick Navarro kann den Kreis der Verdächtigen beträchtlich einschränken. Er sagte, die Schuhgröße war 8,5. Damit kamen nur noch drei in Frage. Die drei Beamten sind schnell ausfindig gemacht. John Young, Roger Griffin und Josh Griffin. Wo waren sie in der Nacht, als Kim ermordet wurde? Officer John Young hatte in der Nacht nachweislich mehrere Einsätze und schied aus. Dann war da noch Roger. Roger Griffin hatte Kims Anzeige aufgenommen. Sie hat ihm viel erzählt. Ich arbeite in Charlotte. Roger war aber die ganze Nacht im Dienst. Bleibt nur Rogers Sohn Josh Griffin. Er hat einen Unfall gemeldet. Ganz in der Nähe des Ortes, an dem Kim überfallen wurde. Hat er sie angehalten? Die Sache mit dem Schuh hat den Fall erst ins Rollen gebracht. Der Schuhabdruck auf Kims Sweatshirt und die Tatsache, dass Josh ganz in der Nähe des Tatortes einen Autounfall aufgenommen hat, machen ihn zum Hauptverdächtigen. Doch kannte er Kim überhaupt? Und was könnte sein Motiv gewesen sein? Detective Hawk befragt den jungen Beamten. Was genau haben Sie in dieser Nacht gemacht? Josh gibt an, dass er am Freitag als Sicherheitsbeamter in der Monroe Mall eingesetzt war. Bis etwa 22.30 Uhr. Dann wollte ich eigentlich nach Hause fahren. Kurz drauf haben Sie doch noch einen Unfall gemeldet. Ich war noch nicht müde. Deshalb habe ich weitergearbeitet. Das ist okay, solange der Vorgesetzte davon weiß. Wusste er es? Ich denke schon. Mia sagte aber, er wusste nichts. Habe ich wohl vergessen. Wann waren Sie zu Hause? So viertel vor drei. Sie können meinen Bruder fragen. Der war aber nicht sehr vertrauenswürdig. Zuerst sagte er, er habe noch mit Josh gesprochen. Später meinte er dann, er habe geschlafen. Joshs Geschichte steckt voller Ungereimtheiten. Für die Tatzeit hat er kein Alibi. Geben Sie mir bitte Ihre Waffe. Bei dem Verdacht mussten wir ihn suspendieren. Am folgenden Tag wird sein Dienstwagen untersucht. Er ist überraschend sauber. Sein Auto war immer das schmutzigste unserer gesamten Flotte. Als wir es durchsucht haben, war es aber blitzsauber. Alles wies auf Josh hin. Die Schuhabdrücke, seine Lügen, der gereinigte Dienstwagen und die Löcher in seinem Alibi. Die Beweislast gegen Josh ist erdrückend. Es gab nicht den einen entscheidenden Beweis. Es waren viele kleine Hinweise. Und schließlich waren wir sicher, dass nur er es getan haben konnte. Niemand hätte dem 24-jährigen Josh Griffin ein solches Verbrechen zugetraut. Zuerst musste ich alle anderen ausschließen. Erst dann konnte ich Josh Griffin wirklich als Täter in Betracht ziehen. Josh kam aus einem Ort ganz in der Nähe. Er spielte Football und war ein netter Junge. Er war sehr beliebt, hatte viele Freunde und wollte schon immer Polizist werden. Überstunden haben ihm nichts ausgemacht, denn er liebte seinen Job. Sein Vater war ja auch Polizist. Die beiden standen sich sehr nahe. Er war ein guter Streifenpolizist und niemand auf dem Revier hätte ihm so etwas zugetraut. Doch wir waren uns sicher, wir mussten es nur noch beweisen. Am 30. Mai 1997 wird Josh Griffin wegen Entführung und Mordes verhaftet. Kims Familie und ganz Monroe sind fassungslos. Es war ein Schock. Die Polizei war doch ihr Beschützer. Ein Schlag für uns und ein Schlag für unsere Stadt. Josh Griffin beteuert seine Unschuld. Doch der Staatsanwalt fügt alle Indizien zu einem stimmigen Bild zusammen. Detailliert erläutert er, was in dieser Nacht mit Kim Madeline wirklich geschehen ist. Ich brauche Ihre Hilfe. Nach dem Vorfall mit dem Drängler hat sie der Polizei genau mitgeteilt, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit sie unterwegs war. Josh Griffin hat das gehört. Er hatte wohl schon öfter Frauen ohne Grund angehalten. Von seinen Kollegen wollte er mehr über Kim erfahren. Die ist doch ganz nach meinem Geschmack. Ich sollte sie mal kontrollieren. Die Kollegen erhielten Disziplinarstrafen, weil sie den Vorfall nicht gemeldet hatten. Es gab keinen dienstlichen Grund, weshalb er um 2.30 Uhr dort gewesen sein sollte. Es gibt nur einen einzigen Grund. Er hat Kim Madeline gesucht. Kim Madeline. Sie hat bestimmt gelächelt, als er vor ihren Jeep trat. Sie hat ihm ja vertraut. Ihren Führerschein, bitte. Haben Sie etwas getrunken? Nein, sicher nicht. Würde es Ihnen etwas ausmachen, einen Alkoholtest zu machen? Nein. Er hat ihr Handschellen angelegt. Ich denke, er wollte Sex. Und sie hat ihm wohl klar zu verstehen gegeben, nein, so läuft das nicht. Dann hat er sie ins Auto geworfen. Festnehmen konnte er sie nicht, weil sie ja nichts getan hatte. Und wenn er sie gehen ließ, würde sie ihn anzeigen. Da bekam er Panik und ist mit ihr weggefahren. Als Josh anhielt, versuchte Kim wohl zu fliehen. Daraufhin muss er sie, ihren Verletzungen zufolge, brutal niedergeschlagen haben. Im Autopsiebericht stand, dass sie mit einem stumpfen Gegenstand am Kopf getroffen wurde. Dann hat er sie gewürgt und sie versuchte, sich zu wehren. Daher stand wohl der Fußabdruck. Kim hatte keine Chance. Sie hat im Gesetz gehorcht und deshalb ist sie gestorben. Am 12. Januar 1998 steht Josh wegen des Mordes an Kim Madeline vor Gericht. Er plädiert auf unschuldig. Nie habe ich in meinen 25 Jahren als Reporter einen solchen Prozess erlebt. Da stand ein Polizist vor Gericht, der einen doch beschützen sollte. Auch vor dem Mord hatte er bereits Dinge getan, die ein Polizist niemals tun darf. Und dann hat er eine junge Frau eiskalt umgebracht, weil sie seine Avancen zurückgewiesen hat. Zumindest glauben wir, dass es so war. Ich habe viele Mordanklagen erhoben. Doch dieser Fall hat besondere Aufmerksamkeit erregt, weil so viele Menschen das Opfer, den Täter und auch die Zeugen kannten. Wir hatten 52 Zeugen und 200 Beweisstücke. Alles zusammengenommen ließ nur auf einen Täter schließen. Josh. Während des Verfahrens kamen immer mehr Details ans Licht. Jetzt erst wurde klar, was genau passiert war. Die Anklage hat so viele Beweisstückchen vorgelegt, von denen man nie gedacht hätte, dass sie von Belang sein könnten. Aber als der Chefankläger Kenneth Hanecutt alles zusammengetragen hatte, dachte man, ja, jetzt passt alles zusammen. Am 27. Februar 1998 wird Josh Griffin wegen Entführung und des Mordes an Kim Madeline zu lebenslanger Haft verurteilt. Ohne Aussicht, jemals wieder freizukommen. Kathy war bei allen beliebt. Sie war eine gute Mutter und sehr gläubige Frau. Kathleen Dennecker war viele Jahre verheiratet, ließ sich scheiden und heiratete ihren Mann erneut. Sie feierten die Hochzeit in ihrem Haus. Sie freute sich, dass die Familie endlich wieder vereint war. Plötzlich war alles vorbei. Sie hatte einen Krampfanfall. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Panik brach aus. Wir waren nicht darauf vorbereitet. Ärzte in einer Notaufnahme sind 24 Stunden täglich im Einsatz und kennen lebensgefährliche Situationen. Doch die 40-jährige Kathleen Dennecker ist kein gewöhnlicher Fall. Als sie ins Krankenhaus gebracht wurde, schien sie eine Art Krampfanfall zu haben. Die Ursache stellt die Ärzte jedoch vor ein Rätsel. Es war unerklärlich. Sie war eine völlig gesunde Frau. Einen Tag zuvor erneuerte Kathleen ihr Eheversprechen. Sie war lange Zeit von ihrem Ehemann Ken getrennt, doch nun schien wieder Harmonie einzukehren. Nun liegt die Mutter dreier Teenager im Koma und kämpft um ihr Leben. Sie verliert den Kampf. Zwei Tage, nachdem Kathleen Dennecker ins Krankenhaus kam, verstarb sie. Sie konnte nicht einmal 24 Stunden mit ihrer wiedervereinten Familie verbringen. Kathy war ihr Ein- und Alles. Sie beschützte sie und umsorgte sie. Und plötzlich war sie nicht mehr da. Was war geschehen? Ein gesunder Mensch stirbt aus heiterem Himmel auf eine unerklärliche Weise. Einige Tage später geben die Laborergebnisse von Kathleen dem Gerichtsmediziner tatsächlich Anlass zum Misstrauen. Es gab Auffälligkeiten. Der Blutzuckerspiegel und der pH-Wert ihres Blutes waren verdächtig. Genauso wie ihr Blutdruck. Fünf Jahre zuvor beschäftigte ein anderer rätselhafter Fall die Justiz in Seattle im Bundesstaat Washington. Die Laborergebnisse von damals sind nahezu identisch. Der Gerichtsmediziner erinnerte sich an den Fall Stella Nickel und sah sich die Akte noch einmal genauer an. Die 42-jährige Stella Nickel tötete damals ihren Mann und eine weitere Person mit einer Mischung aus einem Schmerzmittel und Cyanid. Sie wurde zu 90 Jahren Haft verurteilt. Könnte es einen Nachahmer in Tacoma geben? Der Gerichtsmediziner muss sich sicher sein. Mit dem Wissen über den Fall Stella Nickel verglich er die Beweise. Und traf ins Schwarze. Es ist eindeutig. Kathleen Danaker wurde ermordet. Die Untersuchungsergebnisse werden der Polizei mitgeteilt. Detektiv Bob Yerbery überbringt Kathleen's Familie die schreckliche Nachricht. Er möchte bei seinem Besuch außerdem herausfinden, ob Ken und Kathleen Feinde hatten. Zuerst ermittelt man im direkten Umfeld. Es ging alles so schnell, Detektiv. Wir beschäftigen uns mit der Familiengeschichte und ob jemand als Täter in Frage kommen würde. Sie war im Bad. Ich hörte einen dumpfen Aufprall. Yerbery erfährt, dass Kathleen am Morgen nach der Hochzeit erkältet war und rezeptfreie Medikamente einnahm. Kurz darauf hörte ihre Geräusche aus dem Badezimmer. Kathleens Ehemann fand seine Frau auf dem Boden liegend nicht ansprechbar. Er wusste nicht, was passiert war. Seine Antworten passten zu denen eines trauernden Ehemannes. Könnte Kathleen's Tod mit dem Medikament zusammenhängen? Sie war vermutlich ein zufälliges Opfer. Die Tat war scheinbar geplant, aber nicht sie sollte sterben. Ein Verbrechen aufzuklären ist nie einfach. Je schneller, desto besser. In diesem Fall hinkten wir aber einen Schritt hinterher und versuchten einfach, mögliche Gründe und Ursachen zu finden. Wir trugen alle verfügbaren Informationen zusammen und überlegten, wer, was, wie manipuliert hatte. Wir benötigten mehr Details zur Tat. Was hat Kathleen an diesem Morgen getan? Was passierte, bis sie am Boden gefunden wurde? Sind die Tabletten noch da? In der Packung waren ursprünglich zehn Tabletten. Sechs waren übrig. Wir fanden sie im Haus der Delikers. Falls Kathleen an einem vergifteten Medikament starb, muss alles schnell gehen. Hunderte, wenn nicht sogar tausende, Leben stehen auf dem Spiel. In einem Labor des FDA, der Arzneimittelüberwachungsbehörde in Seattle, werden die Tabletten untersucht. In der kommenden Nacht erhält David Kessler, seit kurzem Mitarbeiter der Behörde, zu Hause einen Anruf. Diesen Anruf wird er sein Leben lang nicht vergessen. Am Telefon war ein Ermittler aus Seattle. Er teilte mir mit, dass es einen Todesfall im Zusammenhang mit Cyanid gab. Kessler erfährt, dass die Laborergebnisse von Kathleen Danikers Tabletten vorliegen. Sie sind beunruhigend. Es gab zu der Zeit keine Hinweise auf Cyanid im Arzneimittel. Doch sie fanden etwas anderes. Eine wichtige Spur. Tacoma im Bundesstaat Washington. Die idyllische Hafenstadt liegt am südlichen Ende der Meeresbucht Puget Sound im Schatten von Mount Rainier. In Tacoma leben etwa 200.000 Menschen. Die meisten würden es als klassische Arbeiterstadt bezeichnen. Im Winter regnet es ziemlich viel, aber wir verbrachten viel Zeit miteinander. Ich hatte Kathy immer gerne um mich. Kathlins Tod kommt plötzlich und scheinbar unerwartet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtuch. Womöglich stehen tausende Leben auf dem Spiel. Man fand Cyanid in Kathlins Blut. Es bestand womöglich ein Zusammenhang mit der Tablette, die sie eingenommen hatte. Für David Kessler ist der Fall eine Feuerprobe. Seine Entscheidungen könnten unzählige Leben retten. Was wussten wir bereits? Kessler erfährt, dass Kathlins Laborergebnisse sehr aufschlussreich sind. In den anderen Tabletten wurde kein Cyanid gefunden, aber etwas war auffällig. Die Nummer auf der Außenverpackung stimmte nicht mit der auf der Innenverpackung überein. Offensichtlich hatte sie jemand herausgenommen, das Gift in die Tabletten gefüllt und die Innenverpackung wieder in eine Außenverpackung gesteckt. Nur eben in eine andere Außenverpackung. Die Behörde hatte einen schrecklichen Verdacht. Jemand hatte die Tabletten manipuliert und sie in Regalen und Drogerien ausgelegt. Kesslers Kollege hat noch mehr beunruhigende Neuigkeiten. Wir haben es mit einer weiteren Cyanidvergiftung zu tun. Es wurde manipuliert. Der Fall entwickelt sich in eine dramatische Richtung. Kathleen Danaker ist womöglich nicht das erste Opfer. In der nahegelegenen Stadt Tumwater gab es bereits einen ähnlichen Fall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und die Kommissie habe und den dann in das Titel-MS verbunden. Jo! Jane, Jane! Honey, mom! 911, was your emergency? Das Opfer, die 28-jährige Lehrerin Jennifer Melling. Die Sanitäter brachten sie sofort ins Krankenhaus. Jennifer verliert schnell das Bewusstsein. Die Ärzte standen vor einem Rätsel und wussten nicht genau, was mit ihr los war. Trotz aller Bemühungen fällt Jennifer ins Koma. Die Situation scheint aussichtslos. Plötzlich hat ihr Ehemann Joseph einen rettenden Einfall. Ich habe sowas mal im Fernsehen gesehen. Könnte es Zyanid sein? Die Ärzte versuchten noch immer die Ursache herauszufinden. Er schlug vor, auf Zyanid zu testen. Magenauspumpen. Die Ärzte versuchen alles, um das Leben ihrer Patientin zu retten und nehmen die ungewöhnliche Vermutung ernst. Sie konnten sie wieder stabilisieren. Am folgenden Tag schwebt Jennifer noch immer in Lebensgefahr. Ihr Vater spricht mit ihr. Wenn du mich hören kannst, öffne deine Augen. Ich schlug die Augen auf. Meine Mutter sagt, das ist ein Zeichen. Sie wird wieder gesund. Dann erwachte ich aus dem Koma. Die Dosis Zyanid hätte drei Menschen töten können. Eigentlich sollte ich gar nicht mehr hier sein. Zwei Zyanidvergiftungen innerhalb eines Monats. Könnte das erst die Spitze des Eisbergs sein? Kessler erfährt, dass Jennifer sich im Haus ihrer Eltern erholt. Die Polizei befragt ihren Mann Joseph in der Wohnung des Ehepaares. Mr. Melling, können Sie mir sagen, was genau passiert ist? Joseph Melling gab an, dass seine Frau krank war. Er holte ihr ein Antihistaminikum aus dem Arzneischrank. Joseph hatte angeblich kurz zuvor einige Packungen gekauft. Er erklärte, dass er seine Frau sicher nicht töten wollte. Joseph zeigt den Ermittlern die Innenverpackung. Zwei Tabletten fehlen. Eine hätte Jennifer beinahe getötet und eine nahm Joseph einen Tag zuvor ein. Die Packung war fast neu. Es fehlte nur eine Tablette und ich nahm die daneben. Officer Stevens lässt alle Medikamente der Mellings untersuchen. Die Tatsache, dass Joseph die Ärzte auf Zyanid hinwies, macht ihn verdächtig. Doch würde ein Mörder sein Opfer vergiften, den Notrufverständigen und den Ärzten mitteilen, womit er es vergiftet hatte? Und was wäre sein Motiv? Die beiden hatten nur kleinere Beziehungsprobleme. Die beiden waren bereits getrennt, kamen aber wieder zusammen. Es gab nichts Erwähnenswertes. Joseph und ich verstanden uns entweder bestens oder überhaupt nicht. Er war sehr umgänglich und lustig. Und manchmal auch etwas kitschig. Die Polizei von Tumwater findet keine Hinweise, dass Joseph etwas mit dem Verbrechen zu tun hat. Nur Tage später stirbt Kathleen Dannecker an vergifteten Tabletten. Eine Stunde nach dem Anruf weiß David Kessler noch immer nicht, womit er es genau zu tun hat. Wir hatten zwei Fälle, einer davon mit Todesfolge. Doch es gab keine Verbindung zwischen den Opfern. Oder etwa doch? In einem anderen Labor wurde womöglich gerade genau diese Verbindung gefunden. Der entscheidende Hinweis kam von einer Mitarbeiterin unserer Behörde. Ich habe mir die Packungen angesehen. Was haben Sie? Ich schicke Ihnen einen Fax, dann sehen Sie es selbst. Sie hatte sich die Packungen, die die Opfer gekauft hatten, genauer angesehen. Wie bei Kathleen findet sie auch in Jennifers Tabletten keine Spuren von Cyanid. Außerdem stimmt auch die Nummer auf der Innenverpackung nicht mit der auf der Außenverpackung überein. Die Nummer auf der Innenverpackung war bei beiden Opfern die gleiche. Die beiden Innenverpackungen stammen aus der gleichen Tabletten-Schachtel. Sie wurden manipuliert und in die Schachteln gesteckt, die bei Jennifer und Kathleen gefunden wurden. Wir vermuteten, dass es ein Einzeltäter war. Es gibt nun eine Verbindung zwischen den Fällen. Die Opfer leben nur 50 Kilometer voneinander entfernt. Eine schreckliche Vorstellung. Eine Person vergiftet unschuldige Menschen. Die scheinbare Willkür des Täters versetzt die Behörden in Alarmbereitschaft. Sie müssen schnell handeln, sonst könnten sie es mit einem Massenmord zu tun bekommen. Sind noch mehr Medikamente mit Cyanid im Umlauf? Könnte noch jemand heute Abend eine Tablette nehmen, todkrank werden oder sogar sterben? Arzneimittel dieser Art werden in der Gegend täglich zu Tausenden verkauft. Es ist 21.30 Uhr. Wir hätten den Fall über die 10 Uhr Nachrichten verbreiten können. Man muss abwägen. Es soll keine Panik verbreitet werden, doch die Menschen müssen darüber informiert sein. Eine Woche nach seinem Amtsantritt trifft David Kessler von der Arzneimittelbehörde eine mutige Entscheidung. Er lässt eine öffentliche Warnung im TV ausstrahlen. Senden wir es. Ein beliebtes Medikament wurde vergiftet. Es wurde in den Nachrichten gebracht. Auf die Reaktion waren wir nicht vorbereitet. Vor einer Stunde saß David Kessler noch gemütlich auf dem Sofa. Nun hatte er es mit einem besorgniserregenden Notfall zu tun. In Tacoma wurden zwei Frauen durch ein mit Zyanid versetztes Erkältungsmittel vergiftet. Eine von ihnen, Kathleen Dermaker, starb an den Folgen. Die beiden Fälle scheinen zusammenzuhängen. Es steht zu befürchten, dass es noch mehr Opfer gibt, solange der Täter nicht gefasst ist. Zyanid kann man ganz normal erwerben. Perfekt für so eine Manipulation. Es ist absolut tödlich. Das Gift blockiert die Atmungskette. Obwohl man weiter atmet, kann der Körper den Sauerstoff nicht aufnehmen. Jemand verwendet diesen Wirkstoff, der in Industriereinigern und Schädlingsbekämpfungsmitteln vorkommt, um Menschen zu töten. Die Ermittler haben keine Spur, die zum Mörder führen könnte. Wie sollten wir handeln? Der Täter könnte ein Geisteskranker sein oder jemand, der seine Opfer gezielt auswählt. Wer sind die Opfer und wie viele werden es noch sein? Die öffentliche Warnung der Behörde wird in den 10 Uhr Nachrichten gesendet. Kurze Zeit später wird die Angelegenheit zur ausgewachsenen Krise. Es gibt einen weiteren ungeklärten Todesfall. Die Innenverpackung ist genau die gleiche. Was ist los? Wir haben jetzt drei Opfer. Uns wurde ein Fall gemeldet, der einige Wochen zurücklag. Opfer Nummer drei ist der 44 Jahre alte Vietnam-Veteran Stanley McWhorter. Wenn Stanley einen Raum betrat, stand er sofort im Mittelpunkt. Er war ein toller Vater. Er verbrachte so viel Zeit, wie er konnte mit seinen Kindern. Er war lebensfroh und immer gut drauf. Wir waren 20 Jahre lang verheiratet und lebten in vier verschiedenen Bundesstaaten. Wir haben viel unternommen und waren eigentlich immer auf Achse. Alle liebten Stanley. Er war lustig und für jeden Spaß zu haben. Gesundheitlich hatte er keinerlei Probleme. Hast du diese Tabletten, die ich wollte? Mit einer harmlosen Nebenhöhlenentzündung fing alles an. Mir geht's nicht gut. Er sagte, er fühle sich nicht gut. Das war alles. Er kam nie zurück. Stanley? Stanley? Brandon! Oh mein Gott, nein! Jane konnte sich nicht von ihm verabschieden. Stanley starb einen Tag später im Krankenhaus. Seine Hinterbliebenen stehen vor einem Rätsel. Die Ärzte können keine genaue Todesursache feststellen und die Polizei wird nicht eingeschaltet. Doch ein Gerichtsmediziner untersucht Stanleys Medikamente routinemäßig. Jane und ihre Kinder versuchen, den Tod ihres Ehemannes und Vaters zu verarbeiten. Ich war am Boden zerstört. Ich war am Boden zerstört. Wir wussten ja nichts. Ich konnte weder schlafen noch essen. Die körperliche und psychische Belastung war enorm. Zwei Wochen nach Stanleys Tod ruft eine Freundin bei Jane an und bittet sie, den Fernseher einzuschalten. Als Jane die öffentliche Warnung sieht, läuft es ihr eiskalt den Rücken herunter. Genau dieses Medikament hat es Stanley eingenommen. Ich dachte, ich drehe durch. Jane ruft den Gerichtsmediziner an, um zu überprüfen, ob die Nummer auf Stanleys Tabletten mit den Nummern aus dem Fernsehen übereinstimmt. Ich sagte, Chargennummer 8U2846. Ich wartete einen Moment. Nach kurzer Zeit sagte er, Bingo. Das war's. Die Nummer auf der Innenverpackung von Stanleys Tabletten ist die gleiche wie im Fall von Kathleen Daneker und Jennifer Melling. Jane wird sich der Wahrheit bewusst. Ihr geliebter Ehemann wurde ermordet. Ich konnte es nicht glauben. Mich überfiel ein beklemmendes Gefühl, das bis heute spüre. Es fühlt sich so unwirklich an. Der Tod von Stanley McWhorter setzt Mark Kessler noch mehr unter Druck. Er telefoniert bereits seit drei Stunden ununterbrochen. Wir hatten es jetzt mit drei Todesfällen zu tun. Das Medikament Sudafit musste aus den Regalen. Um vier Uhr morgens rief David Kessler den Geschäftsführer des Herstellers an. Der Geschäftsführer trifft eine sehr wichtige Entscheidung. Er veranlasst eine Rückrufaktion für den Bundesstaat Washington. 225.000 Parkungen werden sofort aus dem Verkehr gezogen. Das Risiko ist zu groß. Die Entscheidung rettet womöglich Leben. Doch einige ahnungslose Kunden könnten noch immer vergiftete Tabletten besitzen. Und der Mörder hat eventuell weitere Medikamente manipuliert. Am nächsten Tag machte ich mich auf den Weg. Wer tat so etwas? Wie konnte das passieren? Was konnten wir unternehmen? Wie konnten wir das unternehmen? Jennifer Melling hat die Zyanitvergiftung überlebt. Als sie erfährt, dass zwei Menschen starben, Kathleen Daniker und Stanley McWhorter, ist sie am Boden zerstört. Es war einfach schrecklich. Ich konnte nicht arbeiten, Autofahren oder lesen. Ich konnte mich nicht konzentrieren und fühlte mich furchtbar. Zwei Menschen waren tot. David Kessler ordnet nun auch einen Rückruf in den gesamten Vereinigten Staaten an. Es geht um beinahe eine Million Parkungen. Es stehen zu viele Leben auf dem Spiel. Es handelte sich um einen absoluten Ausnahmefall. Wir wussten nicht, wie viele Tabletten noch da draußen waren. Bei der Rückrufaktion tauchen drei weitere manipulierte Packungen auf. Alle enthalten tödliche Dosen Zyanit und werden in der Gegend um Seattle gefunden. Drei Leben konnten gerettet werden. Eine Packung war noch in einer Drogerie und eine andere war bereits verkauft worden. Eine Frau in Tacoma sagte, sie ist glücklich, dass sie heute hier leben ist. Am 22. Februar kaufte sie zwei Boxen der colden Medizin an diesem Kmart in Lakewood. Die letzte Packung hatte eine weitere Kundin. Sie hatte glücklicherweise am anderen Ende begonnen. Die kommunalen und nationalen Behörden reagieren auf den Ernst der Lage. Das FBI leitet die Ermittlungen ein und bildet eine Spezialeinheit. Das Ziel, weitere mögliche vergiftete Tabletten und den Täter finden. Es gab keinen Hinweis darauf, dass es sich um organisiertes Verbrechen handelte. Es schienen Einzelpersonen zu sein, die jemanden schaden wollten. Doch wem will der Täter schaden und warum? Es gibt keine Spur auf ein mögliches Motiv. Die Ermittler beschäftigen sich mit dem Hingrund der drei Opfer. Die Opfer schienen nichts zu verbinden. Sie waren unterschiedlich alt und kannten sich nicht. Eine Tatsache ist verdächtig. Alle vergifteten Tabletten, auch die der Opfer, wurden entlang der Interstate 5 verkauft und in Drogerien gefunden. In der Gegend um die Fernstraße leben Millionen Menschen. Doch wo sollen die Ermittler beginnen? Das war kein typischer Fall. Ohne weitere Informationen waren die Ermittlungen extrem schwierig. Vielleicht kann Jennifer Melling weiterhelfen. Seit ihrer Vergiftung ist sie noch immer nicht zu ihrem Mann zurückgezogen. Joseph und ich überlegten schon länger, uns scheiden zu lassen. Dann wurde ich vergiftet. Ich blieb bei meinen Eltern, um mich zu erholen. Ich wollte nur jemanden um mich, der für mich sorgte. Meinen Eltern vertraue ich. Dass seine Frau auszog und er als einziger Zyanid ins Spiel bringt, macht Joseph Melling verdächtig. Ich hatte ein paar Fragen an Sie. Kein Problem. Das FBI ermittelte in dem Fall. Ich denke, es war eine Art Ablenkungsmanöver. Seine Frage nach dem Zyanid war sehr ungewöhnlich. Sie nahmen diese Tabletten. Joseph Melling erklärt seine erstaunlich genaue Diagnose. Ich erwähnte das, weil es einige Jahre vorher schon einmal einen Fall von Zyanidvergiftung gab. Daran habe ich gedacht. Der damalige Fall trug sich im Bundesstaat Washington zu. Es wurde viel darüber berichtet. Die Ermittler behalten Joseph im Auge. Sie befragen seine Kollegen bei der Versicherung und ihr Verdacht scheint sich zu bestätigen. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Er schloss bei einer Kollegin eine Lebensversicherung für sich und seine Frau ab. Er erkundigte sich besonders nach Vergiftungen. Er wollte wissen, ob die Versicherung auch im Fall einer Vergiftung zahlt. Seine Kollegin sagte ja. Aber der Beweis müsste eindeutig sein. Er hätte 700.000 Dollar bekommen. Das war nur zehn Tage vor Jennifers Vergiftung. 700.000 Dollar sind ein gutes Motiv für einen Mord. Doch Joseph erhält das Geld nur, wenn Jennifer tot ist. Warum rettete er ihr das Leben? Es scheint keinen Sinn zu ergeben. 9-1-1, was ist deine Ermittlung? Doch dann behindert Jennifer plötzlich die Ermittlungen. Sie zog wieder bei ihm ein und wollte nicht mehr mit uns kooperieren. Ich wollte wieder Normalität in meinem Leben. Wir waren ja noch verheiratet. Und ich tat alles, um die Ehe zu retten. Hi Jennifer, Sie wohnen wieder hier? Ja. Falls Joseph Jennifer hätte umbringen wollen, würde sie dann zu ihm zurückgehen? Das FBI durchsucht das Haus der Mellings erneut und findet eine interessante Lektüre. Einen Monat zuvor wurde ein Artikel über den Fall Stella Nickel veröffentlicht. Kam Joseph deshalb in der Notaufnahme sofort auf Zyanid? Oder brachte der Artikel über Stella Nichols Fall ihn vielleicht auf den Gedanken, das Gleiche zu tun? Da sich die Mellings wieder näher gekommen sind, müssen sich die Ermittler eine andere Strategie überlegen. Wir hatten die Befugnis, eine Wanze am Telefon von Joseph Melling anzubringen. Sollte er der Mörder sein, ist er auch ein guter Schauspieler. Nicht einmal seine Frau kann ihn einschätzen. Ich wollte Beweise. Die konnte die Polizei nicht liefern. Joseph selbst verteidigte sich nicht. Er meinte nur, das ist doch lächerlich. Am Telefon spricht er nicht über die Tat. Daher weiten die Ermittler die Überwachung aus. Sie verwanzen das Haus der Mellings. Joseph Melling wusste, dass wir ihn im Visier hatten und achtete genau darauf, was er sagte. Wir hatten nicht genug Beweise, um ihn festzunehmen. Daher überwachten wir das Haus. Wir hatten es verwandst. Die Polizei konnte nicht nur seine Telefongespräche mithören, sondern auch, was im Wohnzimmer vor sich ging. So etwas kommt äußerst selten vor. In meinen vier Jahren als Staatsanwalt war dies das einzige Mal, dass ich diese Befugnis beim Bundesrichter beantragte. Die Ermittler nehmen so am Alltag des Paares teil. Wenn Angehörige am Telefon waren, sprachen sie über den Fall. Er war ja auch in allen Zeitungen. Wer ist dran? Tante Carrie. Wenn seine Eltern am Telefon darüber sprachen, wurde er wütend. Leg auf! Nicht am Telefon! Nein! Leg auf! Sonst sprach er relativ entspannt darüber. Er dachte, ja, niemand würde ihn hören. Doch das FBI hört 24 Stunden am Tag zu. Dennoch scheint es keine Anzeichen zu geben, dass Melling der Täter ist. Monate ziehen ins Land. Hat Jennifer womöglich Recht, zu ihrem Mann zu halten? Ich glaube, du glaubst mir. Ich glaube. Als Melling sich eines Tages mit seinem Vater unterhält, fallen die Worte, auf die die Ermittler so lange gewartet haben. Das FBI war schon wieder da und hat nach Zianid gefragt. Als ich mich in Kent verfahren habe, bin ich in so einer Art Chemie-Lab. Da wurde Zianid verkauft. Ist das schlimm? Meine Fingerabdrücke, Dad! Wir hörten, dass Joseph in einem Laden für Chemikalien in Kent war. Und er machte eine Bemerkung über Zianid. Ich glaube, wir haben was. Die Ermittler machen sich auf die Suche nach diesem Geschäft. In Kent, einem Vorort von Seattle, gibt es etwa sieben Läden dieser Art. Verkäufe an Melling? Ja, spelt M-E-L-I-N-G. Und einer von ihnen passt auf Mellings Beschreibung. Hat er hier Monate vor der Tat das Zianid gekauft? Im Bundesstaat Washington muss man ein Formular mit Angaben zur Person ausfüllen. Der einzige Käufer des Zianids ist nicht Joseph Melling. Das Datum, drei Wochen vor Jennifers Vergiftung. Ja, dunkle Augen, dunkle Haare, Schnurrbart. Ungefähr 1,75. Ein Mann hatte Zianid gekauft. Doch laut Unterlagen hieß er Richard Johnson. Er legte seinen Führerschein vor und hinterließ seine Adresse. Sind Richard Johnson und Joseph Melling ein und dieselbe Person? Falls ja, ist das der entscheidende Beweis. Doch können sie es beweisen? Wir hatten eine Probe der Handschrift und wollten sie mit der unseres Tatverdächtigen vergleichen. Joseph Melling soll im Hauptquartier des FBI eine Schriftprobe abgeben. Der Eintrag im Bestandsbuch des Verkäufers zeigt ein interessantes Detail. Haben die Ermittler endlich den Täter? Joseph, schreiben Sie bitte Richard Johnson. Etwa ein Jahr nach dem Tod von Kathleen Danaker und Stanley McWhorter konzentrieren sich die Beamten auf den Ehemann des überlebenden Opfers Jennifer Melling. Ist Joseph Melling der Richard Johnson, der kurz vor den Morden ein Pfund Zianid kaufte? Und jetzt bitte 11. Januar 1991. Die Ermittler benötigen eine Schriftprobe von ihm, um sicher zu sein, dass er der Täter ist. Er sollte bestimmte Dinge aufschreiben. Unter anderem den Namen Richard Johnson und das Datum des 11. Januar 1991. Die Ermittler sind besonders auf die Schreibweise des Datums gespannt. Richard Johnson, der das Zianid 1991 gekauft hatte, hatte die beiden letzten Ziffern vertauscht. Joseph Melling tat genau das Gleiche. Wir hatten natürlich 1991 und nicht 1919. Nun sind Sie sich sicher. Joseph Melling kaufte das Zyanid, vergiftete seine Frau und tötete zwei Menschen. Für uns war das nur ein zusätzlicher Beweis. Der Angestellte erinnerte sich genauestens an Joseph Melling. Er konnte uns sogar die Kleidung beschreiben. Jetzt konnten wir ihn wegen Produktkontamination und Mordes belangen. Ich dachte nur, wow, ich musste das erst begreifen. Ich war mit jemandem verheiratet, der mich vergiften wollte? Wie konnte ich nicht sehen, was für ein kaltblütiger Mensch er war? Vor Gericht bleibt Melling dabei, dass er nichts mit den Vergiftungen zu tun habe. Er sei ein Opfer unglücklicher Zufälle. Mithilfe dieser Zufälle kann die Staatsanwaltschaft jedoch beweisen, dass Joseph Melling ein rücksichtsloser Mörder ist. Wir haben doch drüber gesprochen. Mitten in einer Ehekrise liest Melling über den Fall Stella Nickel. Er sieht einen Ausweg. Sein Motiv ist das gleiche. Er will das Geld der Lebensversicherung. Joseph Melling hat alles genauestens geplant. Zuerst erwirbt er das tödliche Gift Cyanid. Er fügt der Police von Jennifers Lebensversicherung Tod durch Unfall hinzu. Hier ist unsere neue Police. Nur für den Fall. Er geht auf Nummer sicher. Dann bereitet er die tödlichen Tabletten vor. Joseph Melling hat die Tabletten in Drogerien entlang der Fernstraße verteilt. Sein einziges Ziel dabei war, die Polizei auf die falsche Fährte zu führen. An genau dem Tag, an dem Jennifers neue Lebensversicherung greift, ist Joseph bereit. Er sagte, wie geht's deinem Schnupfen? Oh danke, ich nehme lieber was. Dann schläfst du besser. Ich dachte, okay. Als ich ins Bett ging, hatte ich große Probleme beim Atmen. Ich bekam kaum Luft. Ich wollte um Hilfe rufen, aber es ging einfach nicht. Dann weiß ich nichts mehr. Melling ist sicher, dass Cyanid wird seine Frau töten. Er wählt den Notruf. Im Krankenhaus wird er jedoch panisch. Die Ärzte waren ratlos, also half er ihnen auf die Sprünge. Nur so war es ein Tod durch Unfall. Melling bekommt kein Geld von der Versicherung, wenn die Ärzte den Tod als natürlich einstufen. Er hat 700.000 Gründe, die Ärzte auf Cyanid hinzuweisen. Seinem perfekten Verbrechen fallen jedoch noch weitere Personen zum Opfer. Catherine Daniker und Stanley McWhorter. Nach einem fünfföchigen Prozess wird Joseph Melling wegen elf Vergehen schuldig gesprochen. Darunter schwere Körperverletzung und zweifacher Mord. Er war geizig und dumm. Melling wird zu zweimal lebenslänglich ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Ich besuchte ihn im Gefängnis und sah ihm in die Augen. Da war absolut nichts. Das war's. Sein perfektes Verbrechen fliegt auf und das schnelle Handeln der Behörden verhindert Schlimmeres. Der Rückruf der Tabletten hat drei Leben gerettet. Leider konnten wir die ersten beiden Opfer nicht verhindern. Ich hatte die dreifache tödliche Dosis Cyanid zu mir genommen. Die anderen Opfer weniger. Ich weiß nicht, ob ich einfach Glück hatte. Ich wünschte, wir hätten alle Glück gehabt. Ich habe seitdem keine Tablette mehr geschnuckt. Wenn man Medizin kauft, sollte man darauf achten, dass alles mit der Verpackung in Ordnung ist. Man sollte nicht mitten in der Nacht irgendwas aus dem Medizinschrank holen, wenn man Kopfschmerzen oder Ähnliches hat. Ich halte mich daran und gebe auch anderen den Rat. Man kann nie wissen. Der Hersteller hat genau richtig gehandelt. Er verlor dadurch 17 Millionen Dollar. Doch die Sicherheit der Menschen war ihm genauso wichtig wie uns. Die Verpackung wurde geändert, um das Risiko solcher Vorfälle zu verringern. Jennifer Melling bezeichnet sich selbst als Überlebende, nicht als Opfer. Ein Opfer ist für mich jemand, der traumatisiert ist und nicht mehr arbeiten kann. Ich kann immer noch lachen und lebe mein Leben ganz normal weiter. Für die Hinterbliebenen von Kathleen und Stanley geht die tägliche Trauerarbeit weiter. Kathy war so ein wundervoller Teil meines Lebens. Nicht nur meines, auch das viele andere hier in Tacoma. Nur ein grausamer Mensch kann so etwas tun. Mein Mann war ein wunderbarer Mensch, der seine Enkel nun nie zu Gesicht bekommt. Er hat es nicht verdient zu sterben. In keinster Weise. Die schiere Brutalität, mit der sie getötet wurde, habe ich als Polizeireporter selten gesehen. Ein brutaler Mord. Sie versuchte aus ihrem Schlafzimmerfenster zu entkommen. Was ihr in ihrem Haus widerfahren ist, wünscht man niemandem. Ein dunkles Geheimnis mit vielen Verdächtigern. Alle haben vermutet, dass der Mörder das Opfer irgendwie gekannt hat. Er war fanat in Kim Dorsey. Die Fakten passten einfach nicht zusammen. Die Wahrheit kommt ans Licht. Sie hat einen Albtraum durchlegt. Ihre letzten Worte waren, hör auf, du bringst mich um. Jacksonville, Florida, gelten als friedliche Oase der Wohlhabenden. Die Gegend ist herrlich, vor allem wegen der schönen Häuser. Die Anlagen sind sehr idyllisch. Man kennt sich untereinander. Ein hübsches Viertel, das als sehr sicher gilt. Hier gibt's kaum Verbrechen. Doch an einem ruhigen Sonntagmorgen wird die friedliche Idylle jäh zerstört. Kim, Kim. Oh, you got him now. Jack, you got him now. We said Andy was back. Als der Feuerwehrmann Derek Dorsey nach Hause kommt, findet er seine Frau reglos am Boden liegend. Are you with her right now? Yes, I am. Good rescue. We are sending rescue. Is she awake? No, she's not. I think she's dead. Er versuchte, sie wiederzubeleben. In seinen 20 Jahren bei der Feuerwehr hat er viele Notfälle gesehen. Er wusste, was zu tun ist. Aber dieser Notfall passierte in seinem Schlafzimmer. Man hört, wie aufgewühlt er ist. In diesem Moment sind sein ganzes Wissen und seine Erfahrung vergessen. Okay, Sir, tell me exactly, was ist, was ist passiert? I don't know, she's not committed suicide. Send rescue. We are sending rescue. You have to tell me exactly what she did, what happened. I don't know, she's either cut her off or something. I can't see. I'm trying to see her the f*** out. Nachdem er mehrere Minuten lang versucht hat, sie wiederzubeleben, erkennt er, dass es zu spät ist. Take the signal, Shannon. Help, Jesus Christ. Kurz darauf treffen der leitende Ermittler Larry Kaskowski und die Staatsanwältin London-Kite am Tatort ein. Wir wurden wegen eines möglichen Selbstmordes gerufen. Doch das war offensichtlich eine Gewalttat. So was kann sich niemand selbst antun. Es war so viel Blut auf dem Boden, an den Wänden und an der Decke. Hier hatte sich etwas extrem Gewalttätiges zugetragen. Man sah sofort, dass es sich nicht um Selbstmord handelte. Ihr Ehemann hatte die Tagesdecke über sie gelegt. Deshalb sah ich nur ihren Fuß und ihren Arm. Als der Gerichtsmediziner eintraf und die Decke entfernte, wurde die Brutalität offensichtlich. Kim Dorsey wurde nur 38 Jahre alt. Kim Dorsey besaß in der Gegend ein Geschäft und hatte einen sehr guten Ruf. Sie schien eine wunderbare Person zu sein und eine tolle Ehe zu führen. Die Leute hatten nur Gutes über sie zu sagen. Warum würde jemand so etwas tun? Die Ermittler befragen ihren Ehemann, um die letzten 24 Stunden ihres Lebens zu rekonstruieren. Er sagte, er sei am Morgen des Vortages zur Arbeit gefahren. Bei der Feuerwehr hat er 24 Stunden Schichten. Als er am Sonntagmorgen um kurz nach 8 Uhr nach Hause kam, hatte er erwartet, seine Frau im Bett vorzufinden. Da die Vorhänge zu waren, war es sehr dunkel. Er sah sie vor dem Bett liegen und setzte den Notruf an. Doch zu diesem Zeitpunkt ist seine Frau bereits tot. Wie es scheint, ist der Tod fast 24 Stunden zuvor eingetreten. Unweit der Leiche findet sich ein erster Hinweis auf das, was passiert ist. An ihren Fuß- und Handgelenken befanden sich Kabelbinder. Man hatte versucht, sie zu fesseln. Der Tatort ließ vermuten, dass es sich um ein Sexualverbrechen handelte. Auf dem Boden lagen ein Köhl, ein Revolver und ein Messer. Alles in der Nähe der Leiche. In der Wand und im Türrahmen waren Einschusslöcher. Jemand hatte aus dem Schlafzimmer in den Flur geschossen. Wir wussten nur nicht, wer. Es gab viele offene Fragen. Die Ermittler teilen sich auf, um den Rest des Hauses zu untersuchen. Jemand hatte in der Küche die Schubladen aufgerissen und den Inhalt auf den Boden geschmissen. Derjenige hatte nach etwas gesucht. In der Spüle lagen eine Tastatur und Fernbedienungen, die zur Stereoanlage gehörten. Das war seltsam. An der Haustür waren keinerlei Einbruchsspuren zu erkennen. Aber mir fiel etwas auf. Der Keramikhund an der Eingangstür wurde umgeworfen. Jedes Detail ist wichtig. Im Laufe der Ermittlungen muss man jedem einzelnen Hinweis am Tatort nachgehen und alles abdecken. Sie kommen schnell zu ihrer ersten Schlussfolgerung. Die Vorstellung, dass ein Fremder in das Haus eingebrochen ist, um sie zu fesseln und dann auf sie einzustechen und einzuschlagen, schien absolut unwahrscheinlich. Entweder kannte Kim Dorsey ihren Angreifer oder er wusste, wie er ins Haus gelangen konnte. In den meisten Mordfällen kennt das Opfer den Täter. Das ist den Ermittlern bewusst. Sie müssen Derek Dorseys Geschichte genau überprüfen. Wenn eine Frau ermordet wird, dann ist ihr Ehemann automatisch verdächtig. Man hatte ihn zu unserer Dienststelle in der Innenstadt gebracht. Ich bin den Tatort abgegangen und habe ihn dann auf dem Revier befragt. Ich bin Larry Kaskowski. Ich weiß, dass diese Situation für Sie sehr schwierig ist. Aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen, okay? Ich befragte ihn zum Wochenende. Er sagte, dass Kim am Freitagabend einige Stunden einkaufen war. Dann hätten sie sich zu Hause einen Film angeschaut. Er musste am Samstag früh aufstehen und ist wie immer gegen sieben Uhr zur Arbeit gefahren. Seine Schicht ging bis Sonntagmorgen um acht. Während dieser 24 Stunden war seine Frau allein. Er hatte am Samstag mehrmals versucht, sie übers Handy zu erreichen. Seine Wache liegt im nördlichen Außenbezirk unseres Counties. Mitunter hat man dort kaum Empfang. Seine Anrufe gingen nicht durch. Er meinte aber, das sei nicht ungewöhnlich gewesen. Bislang wirft seine Geschichte keine Fragen auf. Mit einer Ausnahme. Der Mann war ein Profi. Jeder hat sofort gesehen, dass das kein Selbstmord war. Wieso er nicht? Hatte er es getan? Derek Dorsey schien wie ein offenes Buch. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Er hat sofort aufgemacht. Er hat Tiefluft geholt und gesagt, bei uns war eine Menge los. Dann hat er mir erklärt, dass seine Frau und er eine recht offene Beziehung geführt haben. Mit wechselnden Sexpartnern. Plötzlich kam hier ein ganz neuer Aspekt in Betracht. Das hatte ich nicht erwartet. Er sagte, dass seine Frau damit aufgehört habe. Ihre Mutter war vor drei oder vier Jahren gestorben. Sie hatte noch immer mit dem Tod ihrer Mutter zu kämpfen und befand sich in ärztlicher Behandlung. Aufgrund der Medikamente hatte sie zugenommen, weshalb sie sich nicht mehr so attraktiv fühlte. Das war einer der Gründe, weshalb er zuerst dachte, sie hätte sich umgebracht. Seine Frau hatte den freizügigen Lebensstil aufgegeben. Doch galt das auch für ihren Mann? Er war sehr niedergeschlagen, aber klar in seinen Aussagen. Also fragte ich ihn, ob es dann noch jemand anderen gab. Hatte einer von Ihnen eine außereheliche Beziehung? Hatten Sie eine Affäre oder Ihre Frau? Ich. Auch aktuell? Ja. Wenn ein Ermittler erfährt, dass der Partner der Verstorbenen eine Affäre hatte, wirft es ein neues Licht auf die Ermittlungen. Bei Morden, die in einem häuslichen Umfeld standfinden, spielt Untreue häufig eine Rolle. Sein Eingeständnis, eine Geliebte zu haben, macht Derek Dorsey zum ersten Hauptverdächtigen in dem Fall. Ich wusste, dass ich aufmerksam vorgehen und ihm die richtigen Fragen stellen musste. Möglicherweise würde er später nicht mehr so offen und ehrlich antworten. Dies war unsere Chance, möglichst viel herauszufinden. Sie haben eine Freundin? Wer ist sie? Ein junges Ding. Wir finden sie eh raus. Nun, wir hatten eine offene Beziehung. Wer? Sie und Ihre Frau? Ja, wir haben uns nicht verheimlicht. Und weiter? Sie wusste, wen sie heiratet. Das war ein potenzielles Motiv. Vielleicht wollte er aus dieser Ehe raus. Was hätte Derek Dorsey der Tod seiner Frau gebracht? Wir untersuchen immer, ob derjenige finanziell vom Tod des Opfers profitiert hätte. Derek Dorsey gab zu Protokoll, dass es keine Lebensversicherung oder ähnliches gab. Tatsächlich stand er nach ihrem Tod schlechter da. Denn sie war die Hauptverdienerin. Doch wie steht es mit seinem Alibi? Wir prüften, wie viel Zeit er gehabt hätte, von der Feuerwehr zum Haus und wieder zurückzufahren. Da die Wache 25 Kilometer entfernt liegt, hätte er insgesamt eine Stunde gebraucht. Es handelte sich um eine kleine Feuerwache. Deshalb konnte man praktisch jede Minute belegen. Seine Kollegen hätten definitiv mitbekommen, wenn er weggefahren wäre. Man hat jeden seiner Kollegen befragt. Er hatte ein wasserdichtes Alibi. Obwohl er ursprünglich verdächtig schien, konnten wir keine Ungereimtheiten in seiner Aussage feststellen. Also gehen die Ermittler der anderen Spur nach. Offensichtlich hatte er eine Affäre. Vielleicht wollte seine Geliebte die Ehefrau loswerden. So etwas kommt häufiger vor. Wir mussten mit ihr sprechen. Wenn es eine Dreiecksbeziehung gab, könnte es sein, dass sich einer vom anderen hintergangen fühlte. Vielleicht hatte er seiner Geliebten versprochen, dass er seine Frau verlassen würde. Vielleicht fühlte sie sich sitzen gelassen. Das wäre ein Motiv. Die Freundin war auch interessant, da sie uns Informationen liefern konnte, die Derek Dorsey möglicherweise verschwiegen hatte. Wir wollten zudem erfahren, wie ehrlich er zu ihr war. Die Ermittler müssen auch herausfinden, ob die Geliebte in den letzten 24 Stunden von Kim Dorseys Leben aufgetaucht war. Sie war sehr entgegenkommend. Sie sprach offen über ihren Lebensstil und die Vorlieben der Beteiligten. Da sie sich zur mutmaßlichen Tatzeit im Westen von Jacksonville befunden hat, konnten wir sie vom Verdacht ausschließen. Um Hinweise auf den Mörder zu finden, nehmen sich die Ermittler noch einmal den Tatort vor. Mitunter werden Experten für die Analyse von Blutspritzern zum Tatort gerufen, wenn unklar ist, was sich dort genau zugetragen hat und wer darin verwickelt sein könnte. Sie können dem Tatort noch mehr Informationen und Daten zu dem Verbrechen entlocken. Es ist wichtig, sich ein Bild vom Ablauf zu machen. Wo hat der Kampf begonnen und wo hat er geendet? Dadurch erhält man wichtige Informationen für die Zeitachse. Die Forensiker stellen fest, dass der erste Angriff am Nachttisch stattgefunden hat. Auf der linken Seite des Betters war eine große Menge Blut. Sie wurde dort schwer verletzt und hat eine Zeit lang an der Stelle gelegen. Doch die Spuren lassen vermuten, dass sie dann zu sich kam und zum Gegenschlag ausholte. Sie schaffte es, ihre Waffe zu greifen. Ein Revolver mit fünf Patronen. Ich wurde gefragt, ob wir die Geschossbahn der Kugel mit Felgen nachziehen sollten. Und ich meinte, auf jeden Fall. Wie sich herausstellte, hatte Kim Dorsey neben ihrem Nachttisch vor dem Bett gekauert, als sie die fünf Schüsse abgab. Sie hat auf jemanden im Flur geschossen, der vielleicht wieder reinkam. Obwohl sie alle fünf Schüsse abfeuert, verfehlt Kim Dorsey ihren Angreifer. Für die fünf Anschüsse, sprich fünf Fehlschüsse, gibt es mehrere Erklärungen. Zuallererst Angst. Wir wissen nicht, wie wir selbst in solch einer Situation reagieren würden. Es ist nicht verwunderlich, dass einen da die Treffsicherheit verlässt. Dann ging er zurück ins Zimmer, um sie zu erledigen. Er hat mit dem Kö auf sie eingeschlagen, bis er zerbrock. Wir haben den Kö untersuchen lassen. Es war eine extreme Krafteinwirkung nötig, um ihn zu zerbrechen. So stark hat er auf sie eingeschlagen. Zum Schluss hat er sie dann mit einem Messer in den Hals gestochen. Die detaillierte Analyse liefert neue Erkenntnisse über das Verbrechen und den Täter. Die aufschlussreichste Waffe war der Kühl. Alle Kühls wurden obenauf bewahrt. Das ist normalerweise keine Waffe für einen geplanten, vorsätzlichen Mord. Die Kabelbinder, die Kim Dorsey um ihre Hand- und Fußgelenke hatte, schienen aus dem Büro im oberen Stockwerk zu stammen. Das Messer gehörte zu einem Messerset in der Küche. Diese Hinweise lassen vermuten, dass sich der Täter in dem Haus ausgekannt hat. Ein brutaler Killer, der das Opfer gut genug kannte, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen und sich dort seine Waffen zu besorgen. Offensichtlich stand er ihr nahe. Bei ihrer Autopsie hatte man festgestellt, dass sie vergewaltigt wurde. Wir hatten die DNA-Spur eines unbekannten Mannes. Nachdem, was Derek Dorsey über ihr Swinger-Leben erzählt hat, sind einige Männer in dem Haus gewesen. Vielleicht ist einer von ihnen wieder aufgetaucht. Vielleicht wusste er, dass Derek Schichtdienst hatte und Kim alleine war. Wer weiß. Wir haben uns jeden angeschaut, um festzustellen, wer verdächtig war. Sie fragen Derek Dorsey nach Männern, die sich in dem Haus auskennen. Derek Dorsey hatte nebenbei ein Bauunternehmen. Einige der Männer, die für ihn gearbeitet haben, wohnten eine Zeit lang im Haus der Dorseys. Er listete für uns auf, wer von wann bis wann in dem Haus gewesen ist. Dieser Mann hat für mich gearbeitet. Lance Kirkpatrick. Kirkpatrick hatte ein Drogenproblem. Er war mit den Dorseys befreundet. Er war einer dieser Kandidaten, die man für ein Wochenende einlädt und drei Monate später ist er immer noch da. Schließlich haben sie ihn rausgeworfen. Laut Derek Dorsey war Kirkpatrick an dem Wochenende mit einem Krabbenkutter unterwegs. Als zweites nannte er einen Mann namens Joshua Weal. Dorsey war mit ihm befreundet und hatte ihm Arbeit gegeben, um ihm zu helfen. Weal war noch sehr jung. Die Dorseys haben ihn in ihrem Haus wohnen lassen. Doch irgendwann kam es zum Streit und er ist ausgezogen. Doch Derek hat ihn noch gelegentlich beschäftigt. Er hätte ihn an dem Morgen treffen sollen, als er seine Frau aufgefunden hat. Am Sonntagmorgen wollte Dorsey Joshua Weal nach seiner Schicht abholen. Weal sollte an einem Laden auf ihn warten und einige Stunden für ihn arbeiten. Doch Joshua Weal kam nicht. Warum nicht? Hier ging es um einen bezeigten Job. Weal kannte das Haus. Er hatte für die Dorseys gearbeitet. Er war unser Hauptverdächtiger. Wie sich herausstellt, hat Weal einige Vorstrafen, die mit Drogen in Verbindung stehen. Er war erst wenige Tage vor dem Mord verhaftet worden. Ich habe ihn in das Verhörzimmer gebracht. Zuerst habe ich den Mord gar nicht erwähnt und mich ihm nur als Detektiv vorgestellt. Bei der Befragung von Menschen, die dem Opfer nahe standen, ist es oft hilfreich, zuerst gar nicht zu erwähnen, dass derjenige tot ist. Dann lässt man die Bombe platzen und beobachtet, ob der Befragte echt oder künstlich reagiert. Weal gibt an, die ganze Woche in seinem Haus durchgefeiert zu haben, auch zur mutmaßlichen Tatzeit. Sie waren Freitagnacht zu Hause? Ja. Nirgendwo sonst? Okay. Samstag? Da waren wir was trinken. Er war am Samstagabend feiern und ist dann Sonntagmorgen einfach im Bett geblieben. Doch als Kaskowski Kim Dorsey erwähnt, ändert sich Weals Verhalten. Bei Weals Befragung kam überraschenderweise heraus, dass er von Kim Dorsey angetan zu sein schien. Er wirkte ein wenig vernaht in sie. Ich fragte ihn, ob in der Zeit, als er bei den Dorseys wohnte, etwas zwischen ihm und Kim Dorsey gelaufen war. Er meinte, hätte er die Chance gekriegt, dann hätte er sie genutzt. War sie hübsch? Von 1 bis 10? Wie ich sie fand? Ja. 8? Joshua Weals Schwärmerei für Kim Dorsey macht ihn zum Hauptverdächtigen in diesem Mordfall. Hatten Sie je Sex mit ihr? Nee. Schön, wie es. Der? Haben Sie in letzter Zeit mit Kim Dorsey gesprochen? Er sagte nein. Wissen Sie, was mit ihr passiert ist? Nee, wovon reden Sie? Sie ist tot. Nein, sagen Sie das nicht. Er hat so emotional reagiert. Fast als wäre seine Mutter ermordet worden. Er konnte es nicht fassen. Fällt Ihnen jemand ein? Nein. Sie war wie eine Mutter für mich. Bitte. Seine Reaktion war so echt. Für mich war er unschuldig. Trotzdem hat man seine DNA genommen, um sicherzugehen, dass er nicht doch darin verwickelt war. Der DNA-Test fiel negativ aus. Er war unschuldig. Derek Dorsey nennt der Polizei weitere Personen, die sich in seinem Haus auskannten. Wir haben von jedem eine DNA-Probe genommen. Das Resultat war immer negativ. Also geht Kaskowski die Sache nochmal anders an. Ich wollte mit Derek Dorsey eine Hausbegehung machen, bei der er mir alles zeigen sollte, was wir vielleicht übersehen haben könnten. Denn sobald das Haus gereinigt und wieder hergerichtet wurde, war's das. Bei unserer ersten Tatortbegehung hatten wir drei Fernbedienungen in der Spüle gefunden. Sie gehörten zur Stereoanlage. Jemand hatte Wasser über sie laufen lassen. Mein Partner bat Dorsey, uns zu zeigen, wie der Fernseher im Wohnzimmer anging. Er hat ihn eingeschaltet und sofort lief ein Porno. Dorsey ist völlig ausgeflimmt. Er schrie, der gehört mir nicht. Wer auch immer das getan hat, hat das mit ihr angeschaut. Der Porno gehört mir nicht. Ich war mir ebenfalls sicher, dass der Mörder sich zu einem Zeitpunkt diesen Porno angesehen hat. Diese Entdeckung deutet auf einen weiteren Mann hin, der vor kurzem in dem Haus gewesen ist. Sie hatten Probleme mit der Stereoanlage gehabt. Am Freitagnachmittag ist jemand von der Firma gekommen, der die Anlage einstellen sollte. Der Techniker war etwa zwölf Stunden vor der Tat im Haus. Also haben wir ihn ins Fadenkreuz genommen. Er hatte die Anlage neu eingestellt. Warum lagen die Fernbedienungen in der Spüle? Wollte er Wasser darüber laufen lassen, um seine DNA abzuwaschen? Vielleicht war zwischen ihm und Kim Dorsey etwas passiert. Er wollte sie wiedersehen und ist deshalb zum Haus zurückgegangen. Die Ermittler spüren den Verdächtigen auf. Bei unserer Befragung meinte er, ja, ich war am Freitag dort, um die Anlage zu reparieren. Er sei deshalb schon häufiger bei den Dorseys gewesen. Derek Dorsey hatte zuvor ein anderes Haus, in dem er sich ebenfalls um die Anlage gekümmert hatte. Uns fiel auf, dass er Schnittwunden an den Händen hatte. Wir fragten uns, ob die von einer körperlichen Auseinandersetzung stammten. Als wir ihn auf seine Hände ansprachen, sagte er, dass er die ganze Zeit mit Drähten arbeitete und ständig Schnittwunden hätte. Der Techniker besteht darauf, dass er danach nicht mehr in dem Haus war. Als wir ihm von dem Mord erzählten, hatte er keine Ahnung davon. Dabei war die Sache schon zwei bis drei Tage her. Er hatte es nicht mal in den Nachrichten gesehen. Wir baten ihn um eine DNA-Probe und er hat sofort eingewilligt. Als ich aus dem Verhörzimmer ging, dachte ich, nee, der war es nicht. Die DNA-Analyse bestätigt Kaskowskis Vermutung. Der ungelöste Fall belastet das Team. Wir hatten in den Tagen kaum geschlafen und von etlichen Leuten DNA-Proben genommen. Als Ermittler muss man mit den forensischen Experten jede Spur verfolgen, auch wenn sie in eine Sackgasse führen. Wir sind es dem Opfer schuldig, dass wir den Fall gründlich untersuchen. Dann kommt der Durchbruch, auf den sie gewartet haben. Einer unserer Analysten entdeckte einen Polizeibericht bezüglich einer Unterschlagung eines Fahrzeugs. Man hatte demjenigen erlaubt, den Wagen zu nutzen, aber er hat ihn nicht zurückgebracht. Der Diebstahl fand 17 Stunden vor dem Mord statt. Eine junge Frau hatte ihren Wagen als gestohlen gemeldet. Man hat ihre Daten aufgenommen und den Namen desjenigen, der den Wagen nicht zurückgebracht hatte. Das war Lance Kirkpatrick. Kirkpatricks Name war uns zuvor schon mal untergekommen. Er gehörte zu den Personen, die laut Derek Dorsey mehrfach in dem Haus gewesen waren. Auf unsere Frage, ob Kirkpatrick etwas damit zu tun haben könnte, meinte Dorsey niemals, der hätte Kim mit seinem Leben verteidigt. Warum sind Sie sich da so sicher? Ich kenne ihn lange genug. So etwas würde er nie tun. Er hat Kim respektiert. Kirkpatrick hätte noch auf dem Krabbenkutter sein sollen, das passt ja nicht zusammen. Damit gehört er wieder zu unseren Verdächtigen. Die Ermittler überprüfen, welche Geschichte sich hinter der Anzeige verbirgt. Ich sprach mit der jungen Frau, die den Diebstahl gemeldet hatte. Sie erzählte uns, dass sie Freitagnacht mit ein paar Leuten bei Kirkpatrick war, der im Süden von Jacksonville wohnte. Irgendwann wollte Kirkpatrick losfahren, um Drogen zu besorgen. Sie gab ihm sein Auto. Das war an den frühen Morgenstunden. Kirkpatrick fuhr los und hat den Wagen nie zurückgebracht. Das wirft die Frage auf, ob der Wagen in die Nähe des Hauses der Dorseys gekommen ist. Als die Polizei den Tatort abgeriegelt hat, wurde eine Befragung der Nachbarn vorgenommen. Ein Nachbar berichtete, dass er an dem Tag einen blauen, kleinen SUV bei dem Haus gesehen hatte. Das passt zur Beschreibung des Autos, das Kirkpatrick entwendet hat. Ein paar Tage später erfuhren wir von diesem Wagen. An der Schranke zur Wohnanlage gab es eine Überwachungskamera. Also dachten wir, sehen wir uns das Video nochmal an. Vielleicht taucht der Wagen da rin auf. Bingo! Das Video verortet den SUV auf der Zeitachse. Um 6.30 Uhr am Morgen der Tat. Sobald die Polizei dieses Video gesehen hatte, war Kirkpatrick ihr Hauptverdächtiger. Um ihn aufzuspüren, wenden sich die Ermittler an die Besitzerin des Wagens. Sie sagte, ich weiß auch nicht, wo er ist, aber er hat einen Freund, Brian Kiefer. Vielleicht weiß der Bescheid. Also haben wir Brian Kiefer aufs Revier geholt, ihn zu seinem Wochenende befragt und zu Lance Kirkpatrick. Sie erfahren, dass Brian Kiefer ebenfalls bei dem Trinkgelage war, von dem Kirkpatrick mit dem Wagen verschwand. Brian Kiefer sagte, er sei die ganze Nacht mit dem Taxi herumgefahren, um seinen Freund zu suchen. Kiefer hatte ihm gesagt, dass er das Auto nehmen sollte. Deshalb fühlte er sich verantwortlich. Er konnte Kirkpatrick nicht finden. Erst am nächsten Tag. Er meinte, sein Freund habe völlig fertig ausgesehen und eine Verletzung an der Hand gehabt. Dann platzt Brian Kiefer mit einem überraschenden Bekenntnis heraus. Er sagte, dass er jemanden ermordet hat und dafür in den Knast kommt. Er beschrieb es wie eine Prügelei. Dabei hatte es sich um einen brutalen Mord gehandelt. Menschen gestehen aus unterschiedlichen Gründen eine Tat. Meist können sie es nicht ertragen, im Geheimen diese Schuld mit sich herumzutragen. Das ist der Hauptgrund. Manche beginnen auch unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu reden. Doch dann erzählen sie immer nur einen Teil der Geschichte. Meistens berichten sie einem Freund, was sie furchtbares getan haben. Doch dieser Freund bekommt nur einen kleinen Ausschnitt zu hören. Ich weiß nicht, ob er sie mit dem Köhl geschlagen hat. Er meinte, er hätte ihn geschwungen und dass sie fünfmal auf ihn geschossen hat. Angeblich hat Kirkpatrick auf den sechsten Schuss gewartet, der nicht kam. Der Revolver hatte nur fünf Schüsse. Dann hörte er, wie diese Frau versuchte, durch das Fenster zu entkommen. Er ist reingerannt, hat sie mit der Hand geschlagen und mit dem Messer erstochen. Von Brian Kiefer erfuhren wir auch die letzten Worte des Opfers. Hat er gesehen, dass sie tot war? Hat er dazu was gesagt? Sie sagte zu ihm, hör auf, du bringst mich um. Brian Kiefer liefert den Ermittlern Informationen, die ungewöhnlich spezifisch sind. Diese Dinge konnte nur jemand wissen, der dort gewesen ist. Mit seiner Aussage hat er sich selbst unter die Verdächtigen katapultiert. Laut ihm hatte Kirkpatrick den Mord begangen. Doch vielleicht war er es auch selbst. Brian Kiefer behauptet, dass Lance Kirkpatrick den Mord begangen hat. Es gibt nur einen Weg, die Wahrheit herauszufinden. Die Polizei muss Lance Kirkpatrick finden. Brian Kiefer sagte, dass er seinen Freund zuletzt in seinem Apartment gesehen hatte. Also haben wir ein Team dorthin geschickt. Sie gingen hinein. Und fanden Kirkpatrick auf dem Dachboden. Der Mann, den man ursprünglich auf hoher See vermutete, sitzt nun vor Kaskowski im Verhörzimmer. Setzen Sie sich dorthin, okay? Das ist bequemer. Er wirkte ruhig. Ich wollte ihn zuerst ein wenig kennenlernen. Wieder lässt Kaskowski den Mord vorerst unerwähnt. Sie verstehen sich gut mit Derek? Ja, klar. Er versuchte locker zu wirken, nach dem Motto, wovon reden Sie? Wann waren Sie zum letzten Mal dort? Ich war in Derek's Haus. Traitor, eine Woche oder anderthalb. Wissen Sie an welchem Tag? Ja, Georgia, Florida. Okay, kurz vor dem Spiel. Waren Sie in dem Haus? Nein, nein. Das Football-Spiel findet jedes Jahr in Jacksonville statt. An dem Wochenende hat alles geschlossen. Das Spiel war am Samstag, am Tag des Mordes. Kirkpatrick hat bei Derek Dorsey gearbeitet. Er wusste, dass seine Frau während seiner 24-Stunden-Schichten in dem Haus alleine war. Und mit Kim? Verstehen uns gut. Gab's Probleme? Nein. Nein, keine Probleme? Okay, gut. Ich komme mit jedem klar. Gut. Was, wenn ich Ihnen das nicht abnehme? Was abnehme? Was genau meinen Sie damit? Bei meiner nächsten Frage hat er dichtgemacht und einen Anwalt verlaut. Wir mussten das Verhör beenden. Ich sag nichts mehr. Okay. Viel Glück. Kirkpatrick weigert sich zu kooperieren. Die Ermittler müssen ihm anderweitig nachweisen, dass er an dem Tag in dem Haus war. Er war clever genug, ab diesem Punkt nichts mehr zu sagen. Aber wir hatten eine DNA-Spur am Körper der Toten gefunden. Unsere Kollegen haben sich eine DNA-Probe von Lance Kirkpatricks Vater besorgt. Die Ähnlichkeit ist überwältigend. Die Wahrscheinlichkeit war einst zu einer Sextillionen, ein x-faches der Weltbevölkerung. Wir hatten den DNA-Beweis, aber er leugnete, in dem Haus gewesen zu sein. Seine offensichtliche Lüge zeigte uns, dass wir den Täter hatten. Der DNA-Abgleich entlarvt Kirkpatrick als Mörder. Zugleich entlastet er einen anderen Verdächtigen, Brian Kiefer. Die Zeitachse offenbart Kirkpatricks Bewegungen in den letzten Stunden vor dem Mord und den teuflischen Plan, den er hatte. Er fährt Freitagnacht mit dem Wagen einer Freundin los, um Drogen zu besorgen. Doch er kommt nie damit zurück. Er hat sich einen Plan überlegt. Er kennt die Dorseys gut. Er weiß, wie er in die Wohnanlage hineinkommt und in das Haus. Er weiß, dass Derek Dorsey 24-Stunden-Schichten arbeitet. Und dass seine Frau in dieser Zeit in dem Haus alleine ist. Er weiß Bescheid. Wahrscheinlich hat er abgewartet, bis Derek Dorsey das Haus verlassen hat. Dann ist er rübergegangen, hat den Schlüssel genommen, der unter dem Keramikrund lag, und sich selber reingelassen. Vermutlich hat Kim Dorsey ihn gehört. Er hat sich auf sie gestürzt, und der Albtraum nahm seinen Lauf. Sie muss Schreckliches durchlitten haben. Sie versuchte verzweifelt zu entkommen. Man kann sich kaum vorstellen, was sie durchmachen musste. Trotz der erdrückenden Beweise plädiert Lance Kirkpatrick auf nicht schuldig. Seine Version war, dass Kim Dorsey und er eine Affäre hatten. Die beiden hätten an dem Morgen Sex gehabt. Danach sei Kim Dorsey wütend geworden, weil er ihren Mann mit anderen Frauen verkuppelt hatte. Darüber sei Kim Dorsey so in Rage geraten, dass sie fünfmal auf ihn geschossen hat. Alles, was er danach tat, sei lediglich Notwehr gewesen. Bei Notwehr schlägt man zu, um sich zu befreien. Man prügelt nicht mit einem Kö auf den anderen ein, sticht ihn in den Hals und fesselt ihn. Das war niemals Notwehr. Die Jury sieht das genauso. Lance Kirkpatrick wird wegen Mordes und Vergewaltigung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, ohne Aussicht auf Bewährung. Er hat das Recht, Revision einzulegen. Er muss eine lange Strafe absetzen. Hier ging es um Kim Dorsey. Was ihr angetan wurde, sollte niemandem widerfahren. Wir konnten ihren Mörder zur Rechenschaft ziehen. Man hat immer gemischte Gefühle, wenn man den Angehörigen die Fakten vorträgt. Aber jetzt wissen sie, was passiert ist. Und dass sie sich gewehrt hat. Kim Dorsey hat bis zur letzten Sekunde mit jeder Zelle ihres Körpers gekämpft. In fast jeder Mordkommission gibt es einen Ort, an dem ungelöste Fälle Staub ansetzen. In jeder Akte finden sich Protokolle, Beweismittel, Fotografien und Notizen zu jedem ungeklärten Mordfall. Diese Akten sind nicht geschlossen, sie ruhen nur. Sie warten auf neue Spuren und den Ermittler, der die Wahrheit ins Licht bringt und den Mörder endlich seiner gerechten Strafe zuführt. Lago in Florida. Perfekt gelegen zwischen dem Golf von Mexiko und der Bucht von Tampa. Es gibt hier zwei Kategorien von Leuten. Touristen, die kommen und gehen und die sogenannten Taulis, die das ganze Jahr hier leben. Letztere sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Und wenn einer von ihnen mit durchtranter Kehle gefunden wird, geht das allen an die Nieren. Die Ermittler Joe Coyle und Keith Barton von der Polizei in Lago sind ein perfektes Team. Sag mal, erinnerst du dich noch, wie du Susan an der Highschool angesprochen hast? Wieso lenkst du mich jetzt damit ab? Um zu gewinnen. Sie sind beide hier aufgewachsen. Hey, vielleicht klappt es ja mit dem da. Und seit der sechsten Klasse befreundet. Charakterlich sind sie zwar grundverschieden, aber zusammen unschlagbar. Ich will die Tür eintreten und zugreifen, aber Keith sagt, warte, wir machen es anders. Zwei Typen wie Keith, ein Flop. Zwei Typen wie ich es bin, das Gleiche. Aber zusammen sind wir ein super Team. Im Laufe der Jahre haben sie einige knifflige Fälle gelöst. Es gibt viele ungelöste Verbrechen, bei denen die Täter manchmal für lange Zeit ungeschoren davon kommen. Das nagt an einem, weil man sie erlösen will. 2003 sitzen sie wieder in so einem Fall, an dem sich ihre Vorgänger bereits die Zähne ausgebissen haben. Es ist ein Mord, der 16 Jahre zurückliegt. Fangen wir an. Hey, Donny, was geht's? Es ist Wochenende in der Country Club Lounge, dem damals beliebtesten Treffpunkt von Lago. Party's here! Hey! Hey! How's it going? For a long time everybody called it Lago's tears. Für eine lange Zeit war es der Anlaufpunkt in Lago. Egal, ob man 21 war oder 90. Es war wie eine große Familie. Und immer war was los. Oft war es total überfüllt. Es war ein Wohnzimmer für Erwachsene. Mit Jukebox, Fernseher und Dartscheibe. Die richtige Atmosphäre, um sich zu treffen. Es ist Samstagabend. Hinter der Bar steht wie immer Susan Heiliger. Jeder liebte Susan. Sie war ein Schatz. Dank ihr fühlte sich jeder sofort willkommen. Sie ist warmherzig und großzügig. Habe ich euch je erzählt, wie mal einer mit einer Knarre hier reinkam? Was? Ja, er packte sie aus und legte sie auf die Theke, als wäre er John Wayne. Machst du Scherze? Nein, ich legte sie ganz cool beiseite und fragte ihn, möchten Sie auch was trinken? Letzte Runde. Zur Sperrstunde sind noch ein paar Stammgäste da. Die 42 Jahre alte Susan Heiliger will sauber machen und dann nach Hause. Können wir dir helfen? Nein, danke, haut ab. Ich schaff das allein. Ihre Freundin Dottie lässt sie nur ungern allein. War ein toller Abend, vielen Dank, wir sehen uns morgen. Susan hatte den Hintereingang dichtgemacht und ließ uns vorne raus. Das war eine Tür mit Sicherheitsglas, Stahlrahmen und Zusatzschloss. Ich wartete, bis sie abgeschlossen hat. Nachdem die Tür verriegelt ist, gibt Susan ihren Freunden ein Zeichen, dass alles okay ist. Als der Putzmann vom Country Club eintrifft, steht die Hintertür weit offen. In der Bar macht er eine grausige Entdeckung und ruft die Polizei. Kann ich die beiden Kassen haben, wenn sie damit fertig sind? Kelly Goswig ist der Neuzugang im Morddezernat von Largo. Er hat sein Können bislang als Ermittler bei Einbrüchen gezeigt. Dies ist sein erster Mordfall. Und er ist entsprechend nervös. Ich machte mir klar, das ist ein Mord, da laufen die Ermittlungen etwas anders. Ich muss jetzt einfach professionell arbeiten und einen kühlen Kopf bewahren. Ich erinnere mich an die umgekippten Barhocker. Aber ansonsten war in der Bar nichts Auffälliges. Bis man hinter den Tresen sah. Man hat Susan Heiliger die Kehle durchgeschnitten. Was mich wunderte war, sie lag da und wirkte ganz friedlich, als habe sie sich mal eben hingelegt. Ihre Kleidung war nicht zerrissen. Und es schien so, als habe es keinen Kampf gegeben. Sie war vermutlich bereits bewusstlos, als man ihr die Kehle durchtrennte. Die Kasse steht offen. Das meiste Geld ist verschwunden. Auf der anderen Seite der Bar liegt eine zerbrochene Trophäe. Nicht weit entfernt finden sich kleine Brocken. Offenbar von einer Mauer. Mehrere Bierflaschen liegen in Richtung der Herrentoilette. In der Toilette fehlten ein paar Deckenfliesen direkt über dem Urinal. Wenn sich jemand dort oben verstecken wollte, hat er dazu das Urinal benutzt. Wir entdeckten auf der Oberseite einen Abdruck, der ungewöhnlich aussah. Die Spurensicherung macht sich sofort an die Arbeit, während in der Bar nach weiteren Hinweisen gesucht wird. Sieht so aus, als wollte der Mörder ganz schnell von hier weg. Es war der Abdruck eines Tennisschuhs. Das konnte man mit bloßem Auge sehen. Goswig geht daraufhin zur offenen Hintertür. Draußen finden sich weitere Spuren. Das Teil ist bestimmt auch von der Decke. Es sieht zumindest danach aus. Die Beweisstücke für die Forensiker werden immer mehr. Unter den Sträuchern findet sich der Sockel der zerbrochenen Trophäe. Und etwas weiter weg ein Geschirrtuch aus der Bar. Voller Blut. Wenn der Täter, wie wir vermuteten, zur Hintertür rausrannte und in Richtung Norden lief, dann lagen die Fundstücke quasi auf einer Linie. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Alle kommen zur Bar. Unsere Stammgäste wollten natürlich wissen, wer hat das getan? Was war passiert? Die Besitzerin der Bar wartet im Auto. Ich stand unter Schock. Ich ließ es nicht an mich heran. Es war, als wäre es ein Film und nicht die bittere Realität. Goswig fragt sie, was sie über die zerbrochene Trophäe weiß. Die hat einen Stammgast beim Bullen gewonnen und mitgebracht. Sie war vollkommen wertlos. Renovieren Sie gerade die Herren-Toilette? Nein. Wieso? Es fehlen ein paar Deckenfliesen. War das vorher schon so? Nein. Es bestätigt sich, was Goswig von Anfang an gedacht hat. Ich hatte vermutet, dass jemand kurz vor Kneipenschluss in die Zwischendecke geklettert war. Als die Bar geschlossen war, kam er wieder runter, um die Kasse zu plündern und wurde dabei von Susan überrascht. Das war nicht geplant. Das bedeutet, unter den freundlichen Stammgästen, die hier wie immer feierten und tranken, war ein eiskalter Mörder. Knapp sechs Stunden nach dem Mord an Susan Heiliger in Lagos Country Club Lounge trifft ihr Mann ein, der sich wundert, warum sie nicht nach Hause kommt. Überall war Flatterband. Dazu lauter Polizisten. Ich ahnte Schreckliches. Meine Frau arbeitet hier. Ist sie okay? Ich meine, hier arbeitet sie. Was ist los? Man kann hier nichts schönreden oder etwas besonders gut machen. Man sollte einfach nur ehrlich sein. Sir, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Frau tot ist. Man ist betäubt und durch den Körper zucken kleine Stromschläge. Ich dachte, sowas liest man in der Zeitung oder man sieht es im Fernsehen. Aber das passiert doch nicht uns. Für Bill Heiliger gibt es keinen Trost. Er hat das Wichtigste in seinem Leben verloren. Er fühlt sich sofort zu Susan hingezogen. Doch es dauert ein Jahr, bis die Sache ernst wird. Wow, sieh dich an. Wie eine Miss America. Das ist so. Man könnte glatt meinen, du flirtest mit mir. Was für ein kluges Kind. Ich fand sie umwerfend schön. Und sie war eine wunderbare Person. Sie konnte gut mit anderen und hatte massenhaft Freunde. Bäh. Liebt ihre gewinnende Art. Aber es gab sie nur im Parkett. Ich möchte dir was zeigen. Okay, bin sehr gespannt. Meine Kids. Eine alleinerziehende Frau mit fünf Kindern. Da würde mancher Mann das Weite suchen. Nicht so Bill. Fünf Jahre später heiraten sie. Sie liebte ihre Kinder über alles. Bill war ihr zweiter Mann. Und den vergötete sie. Auch für ihre Arbeit ist Susan wie geschaffen. Sie hat für jeden ihrer Gäste ein offenes Ohr. Leute kamen mit ihren Kleinsorgen rein und augenblicklich waren diese wie weggeblasen. Das hatte sie einfach drauf. Da alle sagen, Susan hätte keine Feinde, ist Goswig immer mehr davon überzeugt, dass es ein Diebstahl war, der plötzlich schief ging. Und dass sich der Täter in der Zwischendecke versteckte. Er muss es aber beweisen. Und dazu befragte nun alle, die am Abend davor in der Kneipe waren. Ich kam gegen neun und ging wieder um halb elf etwa. Den ganzen Tag bis zum Abend kamen meine Gäste und sagten der Polizei, ich war da. Wann sind sie gegangen? Oh, so gegen 1.15 Uhr, 1.30 Uhr. Gegen Ende. Ich ging dann und dann. Die Polizei hörte nicht auf, bis sie nicht ein genaues Bild davon hatte, wer wie lange da war. Niemand fiel etwas Besonderes auf, bis er auf Susans Freundin Dodie Hermans trifft. Sie erinnert sich an einen Mann, den sie nicht kannte, am Ende der Bar. Er wirkte, als hätte er seit Ewigkeiten kein Tageslicht mehr gesehen, ganz fahl im Gesicht. Ich habe ihn beobachtet, weil ich wissen wollte, was er in der Bar suchte. War er allein? Ja, es schien erst so. Aber dann redete er plötzlich mit Scott. Der hat mal für mich gearbeitet. Ich glaube, die zwei kannten sich. Scott ging und dieser etwas ungepflegte Typ marschierte zur Toilette. Das war so um halb zwei. Er kam zurück und setzte sich wieder hin. Letzte Runde, Freunde. Wir wollten gerade aufbrechen, als er aufsteht und wieder zur Toilette geht. Und ich wartete und wartete. Er kam aber nicht zurück. Meine Nackenhaare stellen sich auf, wenn irgendwas nicht stimmt. Und in der Regel liege ich richtig. Der ist immer noch in der Toilette. Mein Freund sah nach, kam zurück und sagte, da ist niemand. Wir schließen jetzt. Tja, wir standen dann alle auf, um zu gehen. Und Sie haben ihn danach nicht mehr gesehen? Nein, er war einfach weg. Goswig ist schon lange klar, wie sich der Mann in Luft auflösen konnte. Und nun kennt er mit Scott auch jemanden, der weiß, wer dieser Unbekannte ist. Was Goswig in diesem Moment noch nicht ahnt, er kennt ihn auch. Joe Kyle und Keith Barton arbeiten sich ganz methodisch durch die 16 Jahre alten Unterlagen zum Mordfall Susan Heidegger. Eine Barfrau, die man mit durchtranter Kehle fand. Das war 1987 für eine Kleinstadt. Ein brutales Verbrechen. Nachdem die beiden den Ermittlungsbericht der ersten Woche nach der Tat gelesen haben, wird ihnen klar, wie klein die Stadt damals war. Dann erzählen Sie mal über ihn. Zwei Tage nach dem Mord hört Kelly Goswig von einem ungepflegten Mann, der zuletzt gesehen wurde, als er auf die Herrentoilette ging. Doddy Hermans hat gesehen, wie er zuvor mit ihrem Ex-Mitarbeiter Scott sprach. Mit dem trifft sich Goswig als nächstes. Ich weiß nur, dass er ein paar Mal aufs Klo ging. Haben Sie gesehen, wie er beim letzten Mal zurückkam? Wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube nicht. Wissen Sie, wie er heißt? Ja, ja, ich kenne ihn. Er heißt Jeff Lobick. Sagten Sie Jeff Lobick? Es war bizarr, denn aus meiner Zeit beim Einbruchsdezernat wusste ich ganz genau, wer das war. Ich wusste genau, wer er war. Jeff, was sind das für Sachen? Die gehören mir. Drei Fernseher. Ich sehe halt gern fern. Wie oft machen wir das Spiel noch, Jeff? Goswig hatte den 20 Jahre alten Jeff Lobick als Jugendlichen mehrfach festgenommen. Er kannte seine Devise. Bloß nicht anstrengen. Wenn du mich noch einmal beklaust, Jeffrey Lobick, brauchst du erst gar nicht wiederzukommen. Ist es dir egal, was deine Mutter sagt? Er hat bevorzugt Leute, die er kannte, bestohlen. Freunde und Verwandte. Das sagt doch schon viel über seine Persönlichkeit. Goswig behält Lobick immer auf dem Schirm. Der ist mit 20 noch immer arbeitslos und wohnt bei seinen Eltern. Ganz in der Nähe der Country Club Lounge. Da schrillten einige Alarmglocken. Ich wusste, wo er wohnt. Und sein Zuhause lag in direkter Verlängerung des Fluchtwegs, den der Täter von der Bar aus vermutlich genommen hatte. Das war schon auffällig. Goswig fragt sich, ob Lobick als Kleinkrimineller zu so einem brutalen Mord fähig sein könnte. Jeff kannte das Spiel. Ich musste in allen Gesprächen sehr behutsam vorgehen. Darf ich reinkommen? Ich hätte da ein paar Fragen. Weil ich Angst hatte, er würde das Gespräch abbrechen. Das durfte nicht passieren. Ich habe gehört, du warst auch in der Country Club Bar in der Nacht, als Susan Heiliger starb. Ja, schreckliche Geschichte. Ich sah seine Schuhe und wusste sofort, er war's. Aber natürlich sollte er nicht merken, was ich gerade dachte. Mein Pokerface musste perfekt sein. Er sollte glauben, ich wäre bloß gekommen, weil er an dem Abend zufällig in der Kneipe war. Nach dem Motto, ich wüsste gerne, wer da war, wer mit wem nach Hause ging und so. Goswig bittet Lobick, auf der Wache eine Zeugenaussage zu machen. Hast du Zeit dafür? Ja, aber ich habe kein Auto. Du kannst gern mitfahren. Ja, klar, wenn es hilft. Werde ich verdächtigt? Ganz ruhig. Es war die letzten zwei Tage jeder hier, der in der Bar war. Anfangs war er ruhig. Wann bist du gegangen? Um halb eins. Direkt nach Hause? Ja. Können deine Eltern das bezeugen? Das weiß ich nicht sicher, die haben wohl schon geschlafen. Je länger das Gespräch dauert, desto mehr bekommt er mit, dass ich in ihm nicht einfach nur einen Barbesucher sehe. Und wird immer nervöser. Alles gut? Möchtest du einen Schluck Wasser oder so? Nein, nein, alles prima. Folgendes. Als du im Country Club warst, bist du da irgendwann zur Toilette gegangen? Nein. Er hat die Arme verschränkt. Ein Indikator, dass er nicht mit mir reden wollte. Und er lehnt sich rüber zur Tür. Er atmet ungleichmäßig. Ich sehe, wie sich sein Bauch unter dem T-Shirt hebt und senkt. So nervös ist er. Für mich ist absolut klar, ich habe den Täter. Hattest du diese Schuhe an? Ja. Kann ich die haben? Die Schuhe? Ja, ähm, wir überprüfen alle Schuhe. Gut. Okay, warum auch nicht? Danke. Er war überzeugt davon, keine Spuren hinterlassen zu haben. Darum schien es ihm ungefährlich, mir die Schuhe zu geben. Sehr gut, danke. Sind wir dann hier fertig? Ich, ich muss noch ein paar Leute treffen. Guswick hat alle unverfänglichen Fragen gestellt. Um mehr ins Detail gehen zu können, müsste er Jeff Lobig über seine Rechte belehren. Lobig ist vielleicht nicht der Hellste, aber schlau genug, um zu merken, wenn es brenzlig wird. Gut, Jeff. Ich lese dir mal deine Rechte vor. Du hast das Recht zu schweigen. Alles, was du sagst oder tust, kann gegen dich verwendet werden. Nein, 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 das war's. Ich bin da mal weg. Die Befragung war vorbei. Mir war heiß, denn ich saß da und dachte, er ist es. Und er weiß auch, dass ich es weiß. Und doch kann ich nichts weiter unternehmen. Doch Guswick hat ein Ass im Ärmel. Er schickt die Schuhe ins Labor. Ich hoffte, sie sagen, das ist genau der passende Schuh vom Abdruck auf dem Urinal und dem an der Tür. Während Guswick auf die Laborergebnisse wartet, wird Susan Heiliger beerdigt. Es ist mit die größte Trauerfeier, die die Stadt Dier gesehen hat. Es war überwältigend. Ich ahnte nicht, wie viele Menschen meiner Mutter nahe standen. Die Leute mussten in der Kirche sogar stehen. Ich war davor selten auf einer Beerdigung. Sie fand in der gleichen Kirche statt, in der wir geheiratet hatten. Die hat sieben oder achthundert Plätze. Und die Leute standen bis auf die Straße. Mich hat das nicht wirklich überrascht. Wenn jemand in einer Bar arbeitet, kennt ihr natürlich viele Leute. Aber sie hatte viele enge Freunde, die über ihren Tod bestürzt waren. Es war furchtbar. Da bin ich in der Realität angekommen. Ich wusste, das ist kein Traum. Es ist die traurige Wahrheit. Und es wird morgen nicht anders sein. Was immer ich sage, es ändert nichts. Und mir wurde bewusst, das ist das Ende. Einfach das Ende. Spätestens die riesige Trauergemeinde ist für Goswig zusätzlicher Ansporn. Die Stadt erwartet, dass er den Mörder schnappt. Nach drei Tagen ist das Ergebnis der Schuhuntersuchung da. Das Profil stimmt mit dem Abdruck an der Tür überein. Der Abdruck auf dem Urinal dagegen ist zu verwischt. Aber der wäre der Wichtigere. Man könnte den Abdruck an der Tür immer irgendwie erklären. Vielleicht nicht ganz plausibel, aber so, dass die Jury zweifelt. Kaum zu erklären wäre dagegen, warum sich ein Abdruck von den Schuhen auf genau dem Urinal findet, das als Kletterhilfe in die Zwischendecke diente. Und wenn Goswig nicht nachweisen kann, dass Lobig sich dort versteckt hat, kann er einen Prozess vergessen. Man kann jemanden für eine Sache nur einmal anklagen. Wenn das schief geht, hat man keinen zweiten Versuch. Die Polizei hofft, Lobigs Fingerabdrücke am Tatort zu finden. Und tatsächlich findet sie einige an der Bar. Aber nicht an den Bruchstücken der Deckenfliese, nicht in der Zwischendecke oder an der zerbrochenen Trophäe. Und auch nicht an dem blutigen Handtuch. Jeffrey Lobig hat es offenbar verstanden, die Beweisstücke sauber zu wischen. Und so kommt Goswig mit seinem ersten Fall nicht weiter. Eine Frau ist tot und eine Familie hat ihre Mutter verloren. Ich weiß, wer der Täter ist und doch sind mir die Hände gebunden. Goswig schmerzt die drohende Niederlage. Aber er will zumindest alles versucht haben. Ich habe einige sehr erfahrene Ermittler gebeten, sich alles anzusehen und mir zu sagen, was ich übersehen oder falsch gemacht habe. Ich dachte, das ist mein erster Mordfall. Vermutlich war ich nicht gründlich genug. Aber sie sagten alle das Gleiche. Mehr konnte man nicht tun und nun muss man loslassen. Goswig kann nur hoffen, dass Lobig sich verplappert und irgendjemandem erzählt, was in jener Nacht passiert ist. Aber Lobig hält Eisern dicht. Es sind inzwischen zwei Jahre vergangen. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Wir arbeiten daran, Mr. Heiliger. Susan Heiligers Mann ist entsprechend wütend. Ich war auf die gesamte Polizei in Largo sauer, weil ich dachte, die haben den Fall einfach zu den Akten gelegt. Er war verletzt und frustriert. Ich war auch frustriert, weil ich ihm nichts liefern konnte. Was wiederum frustrierend für ihn war. Immerhin, zwei Jahre nach dem Mord an Susan landet Jeff Lobig wegen Einbruchs im Gefängnis. Goswig setzt all seine Hoffnung auf ein erneutes Verhör. Hey Jeff. Können wir reden? Warum nicht? Dann ist mir wenigstens nicht so langweilig. Aber mit dem Mord an der Barkeeperin habe ich echt nichts zu tun. Sie erinnern sich? Ich sagte, ich war da auf einen Drink und dann bin ich nach Hause. Das war's. Goswig ändert die Taktik, spielt den verständnisvollen Ermittler. Ich sagte, ich weiß, du wolltest sie bestimmt nicht umbringen. Du bist ein Einbrecher. Du wurdest überrascht, Jeff. Du hast nicht geahnt, dass Susan noch da ist. Aber du wolltest nicht wieder in den Knast. Und sie hatte dich erkannt. Du musstest etwas tun. Vielleicht war es ein Unfall. Er senkte den Kopf und vermied jeglichen Augenkontakt. An dem Punkt hofft man, dass jemand sagt, ich war es. Es geht dir nicht aus dem Kopf. Das weiß ich doch. Mein Adrenalinspiegel stieg. Jetzt habe ich ihn. Heute gibt es zu. Gleich bekomme ich sein Geständnis. Ich möchte jetzt nicht mehr darüber reden. Ich brauche einen Anwalt. Ich sagte, Jeff, eine Sache sollte dir klar sein. Du hast die Frau ermordet. Das weißt du genauso gut wie ich. Im Moment kann ich dich nicht vor Gericht bringen. Aber sei gewiss, wenn du auch nur eine Sekunde glaubst, die Sache geht irgendwie vorbei, irrst du dich. Du solltest für den Rest deines Lebens auf der Hut sein. Monatelang sucht Goswick nach weiteren Indizien, um Lobig des Mordes an Susan zu überführen. Vergeblich. Ich war so nah dran, den Fall abzuschließen. Aber die Hürden für eine Anklage waren zu hoch. Und ich kam nicht dagegen an. Im September 1989 wird Goswick versetzt. Es folgen 14 lange Jahre, in denen Lobig seine Entlassung entgegensieht. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Polizei, den Fall zur Anklage zu bringen. Zahlreiche Ermittler mühen sich nach Kräften. Ohne Erfolg. Je mehr Jahre verstreichen, desto wütender wird Susan Heiligersmann Bill auf die Polizei. Sie sagten, die Beweise reichen nicht. Ich war 10, 15 Jahre unendlich sauer auf die Polizei in Largo. Ich konnte nicht begreifen, warum sie nichts taten. 2003 steht die Entlassung Lobigs unmittelbar bevor. Zur gleichen Zeit nimmt sich das neue Ermittler-Duo Joe Coyle und Keith Barton des Falls an. Die beiden arbeiten sich gerade ein, als man ihnen die Zeitung bringt. Schon die Zeitung gelesen? Sieh mal auf Seite 2. Nach jahrelangem Warten hat Bill Heiliger beschlossen, öffentlich Druck zu machen. In einem Interview mit der örtlichen Zeitung klagt er die Polizei von Largo an. Das stand sinngemäß, dass man sich auf die Polizei nicht verlassen sollte. Ich werde den Artikel mein Leben lang nicht vergessen. Er glaubte offenbar, wir hätten aufgegeben. Joe Coyle besucht Bill umgehend. Glauben Sie mir, wir tun wirklich unser Bestes. Ich glaube aber eher, Sie haben die Sachen in die Schublade gepackt und vergessen. Ich sagte, ich kann nichts versprechen, aber ich kenne den Täter. Und Sie sollten wissen, ich gebe niemals auf. Hören Sie, wir werden den Fall abschließen und Sie schicken mir zum Dank eine Weihnachtskarte, okay? Um in der Sache weiterzukommen, setzen sich Coyle und Barton mit dem Detektiv zusammen, der den Fall in- und auswendig kennt. Kelly Goswick. Ein Ermittler erklärt einem den Sachverhalt schneller als die Akte. Wir haben uns immer wieder mit ihm ausgetauscht. Gosswick macht klar, was nötig wäre, um Lobig anzuklagen. Wir brauchen einen Beweis dafür, dass Lobig in der Decke war. Bislang hat die Polizei nur einen Schuhabdruck, der passen könnte. Und eine Zeugin, die sah, wie er auf die Toilette ging. Das ist nicht genug. Letzten Endes brauchen sie ein Geständnis von Lobig. Jeffrey Lobig war aus dem Gefängnis entlassen worden. Wir entschieden uns, ihn aufzusuchen und mit ihm zu sprechen. Aber Sie wissen, dass er zu dem Mord immer geschwiegen hat. Und außerdem fürchten sie, dass er sich sofort einen Anwalt nimmt, der ihm rät, zu schweigen. Sie wollen ihn deshalb nicht sofort zu Susan Heiliger befragen. Barton und Cole konstruieren ein Motiv für eine erneute Befragung und besuchen Lobig am 30. Juni 2004 auf der Baustelle, auf der er arbeitet. Wir sind von der Polizei in Lago und würden gerne mit einem ihrer Arbeiter sprechen. Jeffrey Lobig. Was hat er getan? Jeffrey war Zeuge in einem Fall, zu dem wir Teile der Akten verloren haben. Er könnte uns wirklich hilfreich sein. Er arbeitet gerade woanders. Ich hole ihn her. Warten Sie doch bitte im Pausenraum. Während wir gewartet haben, haben wir die Stühle so umgestellt, dass wir weiter von der Tür entfernt saßen und Lobig näher dran. Er sollte das Gefühl bekommen, jederzeit gehen zu können und nicht mit zwei bewaffneten Polizisten direkt in der Falle zu sitzen. Nach dem Motto, wenn Sie gehen wollen, bitte, wir halten Sie nicht auf. Wir haben uns gegen einen Tisch entschieden. Fische sind wie ein Schutzschild. Stattdessen standen da drei Stühle. Zwei für uns, eine für ihn. Das war's. Cole und Barton wollen, dass sich Lobig sicher fühlt. So, dass er frei erzählt und sich dabei vielleicht verplappert. Aber der kleinste Fehler. Und Lobig würde wieder schweigen. Ich hoffe auf den einen goldenen Schuss. Wie ein Scharfschütze, der eine Geisel befreien soll. Triffst du den Entführer, bist du der Held. Triffst du die Geisel, dann nicht. Schließlich hast du ja geschossen. Hey, da kommt er. Wenn er zugibt, dass er in der Zwischendecke war, ist alles gut. Wir haben eine Zeugin, die sagt, dass niemand mehr in der Bar war, als abgeschlossen wurde. Wer doch noch drin war, war der Mörder. Und der versteckte sich in der Zwischendecke. Das war klar. Er sollte zugeben, dass er über das Urinal da hochgeklettert ist. Bevor Lobig eintritt, schalten wir mit einem Audio-Rekorder ein. Unser Ansatz war, wenn er anfängt zu plaudern und wir alles aufzeichnen, müssen wir später niemanden davon überzeugen, was er gesagt hat. Weil es jeder selbst hören kann. Hey, Jeff. Mein Name ist Joe Coyle von der Polizei in Lago. Wie geht's? Gut. Keith Barton. Die Polizisten wissen, Lobig hat viel zu verlieren. Deshalb haben sie ihre Rollen genau einstudiert. Sie werden so tun, als würden sie den Fall nicht genau erkennen. Sie brauchten aber ein paar Informationen, weil sämtliche Akten verloren gegangen wären. Also, Jeff, Sie wissen ja vielleicht, dass die Polizei in ein neues Gebäude umgezogen ist. Dabei sind uns leider so einige Unterlagen verloren gegangen. Und nun wurden wir von unserem Chef dazu verdonnert, die Fälle so weit wie möglich zu rekonstruieren. Wir erzählen Lobig. Weißt du, wir haben da diesen Fall, also... Und dann weiß ich nicht weiter. Und Keith tut auch ahnungslos. Dabei kennen wir natürlich jedes Detail. Mein Gott, wie hieß der Ermittler nochmal? Boswick? Ach ja, wer? Und das sei so ein alter Mordfall, der in der Country Club Lounge passierte. Wir haben ihm halt was vorgespielt. Ja, sein Name war Boswick. Der hat mich ein paar Mal befragt. Ach so? Das steht nicht in meinen Notizen, Joe. Ich hab keine Ahnung. Zweimal war er bei mir. Und schon gehen seine Schultern nach unten. Die Anspannung weicht, er öffnet sich. Und alles. Soweit ist Ihnen Lobig gefolgt. Zeit für die Fangfrage. Boswick erzählte was von irgendeiner Zwischendecke im Klo. Wissen Sie vielleicht noch, worum es da genau ging? Ich sagte Boswick, dass ich da raufgeklettert bin. Was hatte er da gerade gesagt? Ich kriege noch immer Gänsehaut. Ja, ich war in der Zwischendecke. Und was sagten Sie, taten Sie da? Ich hab Crack geraucht. Ich wäre vor Überraschung fast vom Stuhl gefallen. Er hatte gerade genau das zugegeben, was so entscheidend war, dass er in die Decke geklettert war. Er dachte wohl, er habe diese Tatsache, Boswick damals erzählt. Das war aber nicht der Fall. Sie haben da also Crack geraucht? Keiner sollte mich sehen, verstehen Sie? Ich hab mich da versteckt und keiner hat's gemerkt. Das war natürlich lächerlich. Er hätte ja einfach in den Hof gehen können, um was zu rauchen. Aber er brauchte eine Ausrede, warum er sich da versteckte. Und dachte, das klingt plausibel. Und Sie sind, glaube ich, über das Urinal hochgeklettert, richtig? Wir hatten damals ja sogar Ihren Schuhabdruck gefunden. Ja, der war offensichtlich von meinem Schuh. Gleich der nächste Treffer. Was für ein Typ. Hey, Lobic, wir brauchen dich. Komm jetzt, sonst schaffen wir es nicht. Ich fürchte, ich muss wieder zurück. Er geht. Und ahnt wohl nicht einmal, was er da gerade gestanden hat. Nach 17 Jahren hatten die Ermittler endlich das, was sie für eine Anklage brauchen. Wir sahen uns an. Was war das? High Five. Kann doch nicht wahr sein. Und plötzlich, oh Gott, hat der Rekorder funktioniert? Ich sagte Goswig, dass ich da raufgeklettert bin. Alles da. Das war's. Wir haben ihn. Ich rief sofort Goswig an. Du wirst es nicht glauben. Er hat zugegeben, er war in der Zwischendecke. Darauf er, ihr verarscht mich. Nein, wir haben alles aufgezeichnet. Ich war aus dem Häuschen. Und dachte, endlich können wir ihn festnehmen. Nun ist endgültig klar, was an jenem 7. Juni 1987 in der Country Club Lounge passiert ist. Es ist ein typischer Samstagabend. Alle treffen sich in der Bar. Unter den Gästen ist auch Jeffrey Lobig. Warum auch nicht, er lebt hier. Nur Daddy Hermans fällt auf, dass er sich seltsam verhält. Gegen 2 Uhr morgens will Susan heiliger schließen. Letzte Runde. Wir schließen jetzt. Sofort verschwindet Lobig auf der Toilette. Hey Susan, können wir dir helfen? Nein, danke. Haut ab. Ich schaff das allein. Okay, wir sehen uns dann sicher morgen. Macht's gut, seid vorsichtig. War ein toller Abend. Und vielen Dank, wir sehen dich morgen. Er wartete, bis die Bar zumacht und kam aus dem Versteck. Dann das Problem. Susan war noch da. Er hat sie wohl mit der Trophäe bewusstlos geschlagen. Dann zog er sie hinter die Bar und schnitt ihr die Kehle durch. Lobig schnappt sich panisch das Geld aus der Kasse und will flüchten. Aber vorne ist zu. Also rennt er zur Hintertür, schließt auf und rennt zum Haus seiner Eltern, das weniger als einen Kilometer entfernt ist. Nachdem der Staatsanwalt der Anklage zugestimmt hat, fahren Coyle und Barton los, um Lobig zu verhaften. Unterwegs sammeln sie noch jemand ein. Er hatte es verdient nach all dem, was er in dem Fall geleistet hatte. Er konnte Lobig trotzdem nicht verhaften. Und ich wollte, dass er den Fall endlich für sich abschließen kann. Also sollte er mitkommen. Kommen Sie bitte vor die Tür. Er guckte wie ein Reh im Scheinwerferlicht, als er uns da stehen sah. Und begriff, dass es vorbei war. Ich hab's dir versprochen. Es war ein bewegender Moment. Es war das schönste Geschenk, einfach nur zuzusehen. Ein Anruf steht noch aus. Joe rief an und sagte, wir haben ihn. Er sitzt hinten im Wagen und wir bringen ihn gerade zum Ocala-Gefängnis. Ich dachte, endlich ist es vorbei. Er wurde geschnappt. Meine Meinung zur Polizei in Lago, Joe Coyle und allen anderen verkehrte sich ins Gegenteil. Denn, wow, endlich geschafft. Und ich sagte, wow, endlich etwas. Ein unbeschwerter Abend nimmt eine grauenvolle Wendung. In jener Nacht war ein Monster in Portland unterwegs. Eine junge Frau verschwindet spurlos. Man wäre stolz auf eine Tochter wie Amy. Die ganze Stadt hat nach ihr gesucht. Die Polizei rechnet mit dem Schlimmsten. Hat er sie in den Wald oder ins Wasser geworfen? Der Fall wirkt unlösbar. Wenn Sie sie heute nicht finden, wird sie nie wieder auftauchen. Das war ein Indizienfall. Bis ein Zufallsfund die entscheidende Wendung bringt. Unglaublich, wie es dann gelaufen ist. Nachdem seine Tochter Amy nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen ist, macht sich Dennis St. Laurent auf die Suche. An ihrer Wohnungstür findet er eine seltsame Nachricht. Amy! Amy ist nicht zu Hause. Doch ihr Handy und ihr Schlüsselbund sind im Haus. Ihre Mutter, Diane, wartet auf Nachrichten. Als ihr Vater anrief und sagte, Amy sei nicht zur Arbeit erschienen, wusste ich schon, da stimmt was nicht. Sie hätte ihre Katze niemals sich selbst überlassen. Und sie wären nie ohne Nachricht nicht zur Arbeit gegangen, dafür war sie viel zu verantwortungsbewusst. Das alles passte überhaupt nicht zu ihr. Diane Jenkins hat das letzte Mal Samstagabend gegen 22.30 Uhr mit ihrer Tochter telefoniert. Die 25-Jährige befindet sich in Begleitung von Aaron Rodgers, einem neuen Freund aus Florida, der für ein paar Tage zu Besuch ist. Sie wollten in der Stadt essen und auf ein paar Drinks gehen. Sie wollte ihm die Innenstadt von Portland zeigen. Die beiden wollen zum Alten Hafen, dem Kneipenviertel von Portland, Maine, knapp 65 Kilometer von Amys Zuhause in South Burwick entfernt. Sie fragte, ob ich nicht dazu stoßen will, aber ich hatte mich schon Bett fertig gemacht. Ich wollte nicht mehr in die Stadt. Seit mehr als 24 Stunden gibt es kein Lebenszeichen mehr von Amy St. Laurent. Darum wendet sich ihre besorgte Mutter an die Polizei von South Burwick. Für die war das erstmal noch kein Grund zur Sorge. Mit 25 darf man ja auch mal über Nacht wegbleiben. Für die Polizei gilt man erst nach einer gewissen Zeit offiziell als vermisst. Diane Jenkins weigert sich, 48 Stunden lang nur zu warten. Sie druckt sofort Flugblätter mit dem Bild ihrer verschwundenen Tochter und verteilt sie in der Stadt. Wir mussten doch was tun. Wir hatten das Gefühl, Zeit zu verlieren. Dabei war jede Minute entscheidend. Ein Freund von Diane Jenkins arbeitet bei einer Strafverfolgungsbehörde. Er setzt sich mit Detective Danny Young in Portland in Verbindung. Ja, Detective Danny Young. Ich habe mir angehört, was er zu sagen hatte, auch über Amy und ihre Familie. Er erfährt, dass Amy Model werden möchte und in Vollzeit bei der örtlichen Fluggesellschaft arbeitet. Amy war eine sehr gute Angestellte, die sich nach oben arbeitete. Sie war beliebt. Ihre Freunde haben sich gewundert, dass sie ohne sich zu melden einfach nicht zur Arbeit erschienen war. Da habe ich schon gesagt, das klingt nicht gut. Für den Detective hat der Fall etwas Persönliches. Seine gleichaltrige Tochter heißt auch Amy. Ich dachte sofort, wenn das meine Tochter wäre, würde ich wollen, dass jemand rund um die Uhr an dem Fall arbeitet. Young will mit seinem Partner sofort loslegen und bittet seinen Vorgesetzten, Lieutenant Joe Loughlin, um dessen Einverständnis. Diese Jungs wissen instinktiv, was sie tun und sind nicht erst seit gestern dabei. Darum habe ich gesagt, klar, schaut euch die Sache an. Ich wollte los und Leute befragen. Ich wollte versuchen, eine Spur aufzunehmen. Young konzentriert sich auf Aaron Rodgers, der letzte bekannte Kontakt von Amy. Wir haben zuerst nach dem Auto gesucht, das der Mann aus Florida gefahren hat. Young findet heraus, dass Rodgers sich am Flughafen einen Wagen gemietet hat. Einen SUV. Dazu fuhren wir, weil wir der Autovermietung gesagt hatten, worum es ging. Wir konnten das Fahrzeug schließlich am alten Hafen orten. Er sah uns und fragte, ob er uns helfen könne. Rodgers gibt an, die Flugblätter wegen Amys Verschwinden gerade erst gesehen zu haben. Er meinte, er hätte gerade eben die Polizei von Burbick angerufen. Da habe ich gefragt, wieso er denn nicht zuerst mit uns gesprochen habe. Rodgers muss mit aufs Revier. Dort erzählt er Sergeant Bruce Coffin, dass seine Beziehung zu Amy rein freundschaftlich war. Sie hatten einander erst vor kurzem über einen gemeinsamen Freund in Florida kennengelernt und nur ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Doch der Detektiv ist misstrauisch. Irgendwas stimmte nicht mit ihm. Weder konnte er normal antworten, noch hat er sich normal verhalten. Ich fand ihn irgendwie seltsam. Hätte er versucht, sich verdächtig zu machen, hätte er alles richtig gemacht. Inzwischen hat seit mehr als 36 Stunden niemand mehr etwas von Amy St. Laurent gehört. Niemals hätte sie ihre Familie in solcher Ungewissheit gelassen. Sie hätte so etwas nie getan. Aaron Rodgers ist der letzte Mensch, von dem bekannt ist, dass er mit Amy zusammen war. Seine Version der Ereignisse? Nachdem Amy ihre Mutter angerufen hat, sind die beiden in die Fourplay Sports Bar gegangen, in der Amy mit zwei jungen Männern Poolbillard gespielt hat. Er sagte, ich spiele keinen Poolbillard. Für mich war das okay. Ich habe ihr halt zugeschaut. Später seien die beiden in den Club The Pavilion gegangen, wo die beiden Billardspieler dann zufällig auch waren. Er hat erzählt, dass er nicht tanzt. Darum sei sie allein auf die Tanzfläche gegangen. Sie hätte sich amüsiert und mit anderen getanzt. Die beiden hatten deswegen wohl einen Wortwechsel. Und daraufhin sei jeder seiner eigenen Wege gegangen. Es lag nahe davon auszugehen, dass es ihm wohl nicht gepasst hat, dass sie mit anderen tanzte. Er meinte, kurz bevor der Club zumachte, sei er nochmal zur Toilette gegangen. Und als er wieder rauskam, waren die Leute schon am Gehen und er hätte Amy nicht mehr gesehen. Er hat sie gesucht, aber dann aufgegeben. Er ging davon aus, dass sie gegangen war. Allerdings hatte er noch all ihre Sachen. Ihre Handtasche, ihren Mantel, ihren Ausweis. Lauter Dinge, die sie brauchen würde. Die waren alle in seinem Besitz. Rogers hat auch den Schlüssel zu Amys Wohnung. Darum fährt er die 65 Kilometer zurück nach South Burwick. Er fuhr Richtung Süden, nach South Portland und musste tanken. Er sagt, er hätte den Highway nehmen müssen und Glück gehabt, auf die Autobahn zu kommen. Er meinte, er habe der Frau im Mauthäuschen gesagt, dass er kein Geld hätte, aber auch keinen anderen Weg zurück wüsste. Ich habe noch nie gehört, dass jemand darum gebeten hat, umsonst den Highway benutzen zu dürfen. Diese Geschichte klang doch reichlich schräg. Weiterhin behauptet Rogers, Amy sei nicht zu Hause gewesen. Darum hätte er im Auto übernachtet. Er hatte offensichtlich erwogen, bei ihr zu übernachten. Für ihn habe sich das aber nicht richtig angefühlt, weil sie ja nicht zu Hause war. Auch am nächsten Morgen ist Amy immer noch nicht zurück. Er beschließt, in die Wohnung zu gehen, ihre Sachen dort abzulegen und auf sie zu warten. Er hat bei ihr geduscht. Damit hatte er wohl kein Problem. Er wollte bloß nicht dort im Bett schlafen. Schließlich hat er genug von der Warterei und hinterlässt ihr eine Notiz. Laut seiner Aussage hat er Amy nie wieder gesehen. Die Geschichte wirkte unglaubwürdig, wie ausgedacht. Allerdings können die Ermittler Rogers Mangels Beweisen nicht festhalten. Da taucht zum Glück eine neue Spur auf. Drei Männer hatten sich gemeldet. Sie hatten die Flugblätter gesehen, die Amys Familie wirklich überall am alten Hafen aufgehängt hatte. Da sagte einer, ist das nicht das Mädchen, das wir gestern Abend gesehen haben? Und die anderen meinten, doch, lasst uns zur Polizei gehen. Bei den Zeugen handelt es sich um Kush Sharma, Russ Gorman und Jason Cook. Man hat uns auf drei Räume verteilt und uns dann zu diesem Abend befragt. Sharma und Gorman erzählen, dass sie Amy beim Poolbillard in der Sportsbar kennengelernt und später im Club The Pavilion mit ihr getanzt haben. Sie sind die beiden Männer, die Rogers beschrieben hat. Laut deren Aussage hat Amy ihnen gegen 0.45 Uhr gesagt, sie könne ihren Freund nirgends finden und wüssten, wie sie nach Hause kommt. Wir wollten noch in meiner Wohnung weiter feiern. Gorman hat sie charmant dazu überredet, noch mitzukommen. Darum landete sie später in der Brighton Avenue, vielleicht zehn Autominuten entfernt. Doch ist aus der Party nichts mehr geworden. Um Viertel vor zwei bittet Amy wieder zum The Pavilion gefahren zu werden. Sie wollte zurück zu dem Club, um zu sehen, ob sie ihren Freund nicht doch noch findet. In diesem Augenblick kommt Jason Cook von seiner Schicht in einer Bar nach Hause. Als ich die Treppe zu meiner Wohnung rauf bin, gingen Gorman und Amy gerade. Russ Gorman hat mir erzählt, er hätte Jason Cook gesehen, als er dessen Haus in der Brighton Avenue verlassen hat. Ich habe sie gefragt, wo sie hinwollen. Sie hätten schließlich beide getrunken. Gorman sagt aus, er sei direkt zu dem Club gefahren und hätte Amy um zwei dort abgesetzt. Er sagte, vor dem Club seien noch mehrere Leute gewesen. Er hätte Amy dort rausgelassen und sei wieder gefahren. Um diese Geschichte zu überprüfen, durchsuchen die Ermittler das alte Hafenviertel. Wir haben eine Gruppe von Detektives losgeschickt, die sich in den entlegeneren Ecken der Stadt umsehen sollten. Auch Amys Mutter beteiligt sich an der Suche. Wir wussten einfach, dass sie sich nicht nur irgendwo amüsierte. Man sieht sich die Insassen jedes Autos an, das vorüberfährt. Jeden Passanten. Man hält Ausschau nach jemandem mit der richtigen Haarfarbe, Größe, Statur. Man sucht einfach nur. Es gab keinen Tatort und keine Leiche. Wir haben versucht, ein kompliziertes Puzzle zusammenzusetzen, um diese junge Frau zu finden. Inzwischen wird Amy St. Laurent bereits seit mehr als zwei Tagen vermisst. Verzweifelt wenden sich ihre Familie und die Polizei von Portland an die Medien. Diese liebevolle Familie hielt ganz eng zusammen. Es war ein herber Verlust für sie. Ich habe wirklich getan, was ich konnte, um diese Situation für sie zu beenden. Die Ermittler befragen die Familie und durchkämen Amys Apartment nach möglichen Hinweisen. So erfahren sie auch etwas mehr über Amys Privatleben. Wir haben ihr Tagebuch gefunden und begriffen, was Amy für ein Mensch war. Sie war mitfühlend, selbstlos. Eine wirklich liebe junge Frau. Man wäre stolz auf so eine Tochter gewesen. Die Ermittler suchen auch nach Hinweisen, die auf Aaron Rodgers deuten und finden heraus, dass er Amy erst drei Wochen vor ihrem Verschwinden in Florida kennengelernt hat. Er hatte offenbar für sie geschwärmt und wollte sie besuchen. Sie fühlte sich ihm wohl verpflichtet, weil er einen Tag mit ihr verbracht hatte, um ihr das südliche Florida zu zeigen. Sie hatte erwähnt, dass es ihr unangenehm war, dass er bei ihr übernachten wollte. Amys Nachbarin schürt den Verdacht gegen Rodgers noch. Wir haben erfahren, dass er sich am Vorabend noch mit Amy gestritten hatte. Sie hatte ihn abgewiesen und gesagt, du hast mich als Freund, als Bekannter besucht. Da wird nie mehr draus. Krieg das in deinen Schädel. Wird ihm wohl nicht gepasst haben. Eine Überprüfung von Aaron Rodgers bringt weitere verstörende Informationen ans Licht. Er hatte zuvor eine Beziehung zu einer Frau, die ebenfalls Amy hieß. Keine Ahnung, ob das Zufall war. Ich fand das jedenfalls sehr seltsam. In der Akte stand auch, dass er sie belästigt hatte. Die Ermittler vermuten, dass Rodgers vor dem Pavilion gewartet hat, als Amy dorthin zurückkehrte. Vielleicht ist er im alten Hafen rumspaziert, in der Hoffnung, sie wiederzusehen. Vielleicht war er schon sauer auf sie und wurde da noch wütender. Möglicherweise ging der Streit im Auto weiter und dann ist alles eskaliert und er hat ihr was angetan. Da die Ermittler wissen, dass Rodgers Portland verlassen will, machen sie umgehend mit ihm einen Lügendetektortest. Er zeigte alle Verhaltensweisen eines Lügners, was Körpersprache und Augenbewegungen angeht. Seine Geschichte ergab keinerlei Sinn. Außerdem hatte er Amys Sachen. Und? Er war der letzte Mensch, mit dem sie gesehen worden war. Und dann log er uns auch noch an. Da habe ich gesagt, wir haben ihn. Allerdings gibt es keine Beweise für ein Verbrechen. Aus diesem Grund kann die Polizei ihm nichts vorwerfen. Rodgers darf nach Florida zurückkehren. Am Flughafen beschlagnahmen die Ermittler aber noch den Wagen, den er gemietet hatte. Unsere Kriminaltechniker haben sich das Auto vorgeknöpft. Sie suchten nach Blutspuren oder ausgerissenen Haaren. Die Ermittler gehen jenen Samstagabend in der Zwischenzeit noch mal durch. Wir haben nach ungewöhnlich langen Zeiträumen gesucht, die wir uns nicht erklären konnten. Sie fangen mit dem Zeitraum an, in dem Rodgers tanken gewesen sein will. Wir konnten das aufgrund der Aufzeichnung einer Überwachungskamera verifizieren. Dann nehmen sie sich der seltsamen Geschichte um das Mauthäuschen an. Wir haben tatsächlich die Angestellte gefunden, die an diesem Abend mit ihm zu tun hatte. Sie erinnerte sich noch, dass er sehr höflich war. Und warum er ohne zu bezahlen unbedingt diesen Highway nehmen wollte. So unglaublich es ist. Rodgers Geschichte stimmt. Offenbar hat er Amy tatsächlich aus den Augen verloren und das alte Hafenviertel wirklich ohne sie verlassen. Das hieß aber nicht zwingend, dass er sie nicht im Kofferraum oder auf der Rückbank hatte. Doch das Ergebnis der kriminaltechnischen Überprüfung des Autos schließt diese Möglichkeit aus. Wir haben nichts im Auto gefunden, rein gar nichts. Diese so seltsame Geschichte stimmte tatsächlich. Aaron Rodgers wird als Verdächtiger im Fall der vermissten Amy St. Laurent ausgeschlossen. Die Ermittler müssen wieder bei Null anfangen. Wir hatten die Hoffnung, dass sie irgendwo gefangen gehalten wird. Was, wenn sie friert und sich fragt, warum ihr niemand zu Hilfe kommt? Inzwischen sind seit Amys Verschwinden drei Tage vergangen. Mit jeder Stunde, die verstreicht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, die junge Frau noch lebend zu finden. Wir haben in South Portland alles abgesucht. Am Tanklager, bei den Öltanks, neben dem Highway. Wir haben uns aufs Wasser konzentriert. Aufgrund der Nähe zu ihrem Haus, der Nähe zum Club und zum Stadtzentrum. Alle haben nach ihr gesucht. Die ganze Stadt und die gesamte Polizei. Ich denke bei Ermittlungen oft, wer war die Person, mit der sie zuletzt zusammen war? Detective Young sieht sich nun die WG-Bewohner genauer an, in deren Wohnung Amy in der Nacht ihres Verschwindens war. Ich habe beschlossen, nochmal dahin zu gehen und insbesondere mit den Leuten aus dem Haus zu sprechen. Man hat uns nicht als Verdächtige bezeichnet, aber wir wurden abgeholt. Und ich hatte das Gefühl, verdächtig zu sein. Allein das Wissen, als Hauptverdächtiger in dem Fall der aus dem alten Hafenviertel verschwundenen jungen Frau zu gelten, war extrem beängstigend. Detektiv Young fragt auch nach Russ Gorman, dem Freund, der angeboten hatte, Amy zurück zum Nachtclub zu fahren. Er hatte vier, fünf Monate lang immer wieder mal bei mir übernachtet. Aber nie längere Zeit. Cook bestätigt Gormans Aussage, wonach der um kurz nach zwei wieder zurück war. Ich wusste noch, dass Gorman 20, 30 Minuten später wieder in meine Wohnung zurückgekehrt ist, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade meiner Tante eine E-Mail schrieb. Wenn das stimmte, dann bedeutete das, dass Gorman sie vermutlich wirklich nur hingebracht und dort rausgelassen hat. Er hätte gar nicht die Zeit gehabt, Amy verschwinden zu lassen. Gorman hat ein wasserdichtes Alibi. Wieder stocken die Ermittlungen. Nach mehr als einer Woche intensiver Suche beschließen die Ermittler, Amys Eltern die schmerzhafte Realität nahezubringen. Ich habe Diane und Dennis St. Lauren zu mir ins Büro gebeten. Tief im Herzen spürte ich, die junge Frau ist tot. Und als ich das aussprach, als ich diese Möglichkeit erwähnte, blickte sie runter und sagte, ich weiß, ich spüre es. Ich wusste einfach, dass ich mein Kind nicht lebend wiedersehen würde. Das war ein sehr schwerer Moment. So etwas will man einfach niemandem sagen müssen. Es gab ein Opfer und meine Aufgabe war es, den Schuldigen zu finden und vor Gericht zu bringen. Detective Young weiß, dass er nun wohl in einem Mordfall ermittelt. Wieder fährt er zu der Wohnung, in der Amy zuletzt gesehen wird. Es gibt Leute, die wissen genau, wie man die richtigen Knöpfe drückt. Der Fall nimmt eine völlig neue Wendung, als ein weiterer Mitbewohner von Gorman eine vollkommen andere Geschichte erzählt. David Grazier weiß noch, dass er mit seiner Freundin gegen drei Uhr morgens nach Hause gekommen ist. Niemand war noch wach. Und Russ Gorman schlief nicht auf der Couch, wie sonst so oft. Er sagte, wir kamen rein, gingen da lang und haben Russ Gorman nicht gesehen. Gegen vier Uhr morgens ist Grazier ins Bad gegangen und fand dort Russ Gorman. Grazier hat ihn wach und voll bekleidet im Bad getroffen. Gorman hatte noch Schuhe an. Er wusch sich gerade. Gormans Aussage, er sei um zwei nach Hause gekommen und dort auch geblieben, klingt nun höchst verdächtig. Bei seiner Überprüfung offenbart sich noch mehr Verdächtiges. Er war vorbestraft und galt als Verdächtiger in mehreren Diebstahlsfällen in der Gegend. Außerdem lag in Troy, Alabama und in Florida, was gegen ihn fuhr. Und er war auf Bewährung. Die Wohnung in der Brighton Avenue ist vielleicht ein Tatort. Die Polizei kam ins Haus und suchte in meiner Wohnung nach Blutspur. Die Ermittler glauben, dass Cook lügt, um einen Freund zu schützen. Ich glaube, die Tatsache, dass Amy St. Laurent zuletzt in seiner Wohnung war, dass sie mit einem seiner Freunde zuletzt gesehen wurde, einem Freund, den er bei sich hatte, übernachten lassen, selbst nach ihrem Verschwinden noch, das hat ihn beunruhigt. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt wusste er nicht, was wirklich passiert war. Er wollte Gorman glauben, aber er spürte, dass da was im Argen lag. Danny Young holt Detective Scott Heracles von der Staatspolizei Maine dazu, um die Wahrheit aus den neuen Verdächtigen herauszubekommen. Ich sollte Jason mit Danny besuchen und mit ihm nochmal alles schön langsam durchgehen, um zu sehen, ob er bei seiner Geschichte bleibt. Die Ermittler können keinen Beweis dafür finden, dass Jason Cook tatsächlich um zwei Uhr morgens eine E-Mail an seine Tante geschrieben hat, als Gorman angeblich zurückkehrte. Unter Druck macht Cook ein überraschendes Geständnis. Ich habe zuerst nicht die Wahrheit gesagt. Er berichtet von einer Unterhaltung, die er am Morgen nach Amys Verschwinden mit Gorman geführt hat. Gorman sagte zu ihm, Jason, du weißt doch, dass ich nach 15 Minuten wieder da war, oder? Er hat mich dazu gebracht zu lügen. Was ich gesagt hatte, stimmte nicht. Ich wollte Gorman schützen, weil ich an seine Unschuld glaubte. Cook und Sharma sind nun bereit, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Sie beschreiben Gorman als Weiberheld. Er wollte jeden Abend eine andere aufreißen. Für Gorman war eine Frau bloß ein Stück Fleisch. Meiner Meinung nach war er kein Typ für Beziehungen. Die Polizei konnte einige der Frauen ausfindig machen. Manche beschrieben ihn als unglaublich gewaltsam, weshalb sie sich nicht gewehrt hatten. Andere meinten, sie hätten sich wie unter Drogen gesetzt gefühlt. Hat Gorman Amy an jenem Abend etwas in ihren Drink getan? Das wissen seine Mitbewohner nicht. Doch sie glauben, dass Amy sich von ihm bedrängt fühlte. Sie hat sich nicht wohlgefühlt, weil Russ versucht hatte, sie zum Sex zu überreden. In meinen Augen war der Typ Sex versessen. Russ Gorman ist gewalttätig, bedrohlich, triebhaft und verlogen. Er wird zum Hauptverdächtigen. Hatte er sie irgendwo verscharrt? Hatte er sie im Wald versteckt oder ins Wasser geworfen? Wir mussten sie finden. Die Polizei bringt ihn zum erneuten Verhör aufs Revier. Ich musste ihn dazu bringen, mir zu sagen, was er in jener Nacht getan hatte. Ich wollte wissen, wo ich ansetzen kann. Gorman beharrt darauf. Er will, als er Amy um zwei Uhr vor dem Pavilion abgesetzt hat, Leute dort herumlaufen gesehen haben. Aber das passt nicht. Die Türsteher dieses Clubs haben streng darauf geachtet, dass die Gäste auch wirklich gehen, wenn das Lokal schließt. Gegen Viertel nach, 20 nach eins waren alle weg. Doch Gorman bleibt. Für ihn war das wohl eine Art Spiel. Ich habe ihn um sein Einverständnis gebeten, sein Auto untersuchen zu dürfen. Er war dagegen. Er meinte, er hätte noch zu tun und bräuchte den Wagen. Young lässt sich sofort eine richterliche Anordnung ausstellen. Wir wussten bereits, dass er Amy gefahren hatte. Ihre Fingerabdrücke im Auto würden uns nicht weiterbringen. Wenn wir aber Blutspuren oder ausgerissene Haare finden würden, sähe die Sache schon anders aus. Doch finden die Kriminaltechniker nichts. Der Wagen war blitzsauber. Dann fanden wir heraus, dass er sich den Wagen vorgenommen hatte. Er hatte ihn gereinigt und geschrubbt. Was uns zu der Annahme führte, dass in dem Auto etwas vorgefallen war. Die Ermittler finden auch heraus, welches Verhältnis Gorman zu seiner Mutter Tammy Westbrook hat. Seinen Worten nach war sie irre und aggressiv. Er hatte definitiv schwerwiegende Probleme mit seiner Mutter. Gorman war ihr gegenüber mehrfach gewalttätig geworden und hatte sie bedroht. Hatte diese gestörte Beziehung ihn zu einem Mörder werden lassen? Als man sie zu ihrem Sohn befragen will, weigert sich Tammy Westbrook zu antworten. Ich hatte immer das Gefühl, die weiß genau, was passiert ist. Sie hat mich immer wieder gebeten, ihr keine weiteren Fragen zu stellen. Er sei ihr Sohn und mehr könne sie nicht sagen. Ich war extrem frustriert. Und sauer auf sie, weil sie nicht helfen wollte. Ohne Amy hat die Polizei aber keine konkreten Beweise. Sie muss Amy finden, lebendig oder tot. Und allein das hat uns täglich motiviert, überhaupt zur Arbeit zu gehen. Die Ermittler wenden eine andere Taktik an. Vielleicht führt Gorman sie selbst zu Amy. Wir haben ein Überwachungsgerät unter Gormans Auto angebracht. Damit konnten wir die Bewegungen dieses Wagens verfolgen. Die Ermittler bitten Gormans Freund, Kush Sharma, ihn anzurufen. Er erzählte Gorman, dass die Polizei Amy gefunden hat. Wir dachten, das wäre unsere Chance. Gorman würde zu seinem Wagen rennen und dort hinfahren. So würden wir erfahren, wo sie ist. Doch der Verdächtige lässt sich nicht ködern. Die Ermittler warten die ganze Nacht vergeblich. Gorman hat das Haus nicht verlassen. Um ihn aus seinem Versteck zu locken, lässt die Polizei bei der Presse durchsickern, dass Gorman verdächtigt wird. Es wurde bekannt, dass er der Letzte war, der das verschwundene Mädchen lebend gesehen hatte. Er wurde nun in Portland gemieden. Die Leute am Alten Hafen halten zusammen. Er musste sich nun anderweitig umsehen, mit anderen Menschen umgeben, in anderen lokalen Billiardspielen. Er wollte sich nicht mit den Menschen im Alten Hafenviertel auseinandersetzen. Gorman schweigt weiterhin eisern. Und es tauchen auch keine handfesten Beweise gegen ihn auf. Wenn wir nicht einen Zahn zulegen würden, würde der Winter einbrechen. Und er würde damit davon kommen. Ende November liegt Amys Verschwinden bereits vier Wochen zurück. Wenn Russ Gorman Amys Mörder ist, hat er seine Spuren gut verwischt. Doch fordert der Druck, verdächtig zu sein, seinen Tribut. Gorman verlässt die Stadt, um bei Freunden in Alabama unterzukommen. Wir dachten, das sei gut und dass Leute, die sich hier vor ihm fürchteten, jetzt aussagen würden. Gormans Mutter, Tammy Westbrook, schweigt jedoch weiter. Dann aber liefert ihr Freund Rick einen wertvollen Hinweis. Ich habe beiläufig gefragt, hat er sich mal eine Schaufel geliehen? Und er sagte Rick, ja, erst kürzlich. Er wollte einem Freund helfen, einen Zaun aufzustehen. Aber wir wussten von seinen Freunden und Bekannten, dass Gorman ein fauler Typ war, der niemals seine Schaufel in die Hand nehmen würde. Wenn Gorman sich die Schaufel geliehen hat, um Amy zu vergraben, müssen die Ermittler unbedingt ihr Grab finden. Die Zeit arbeitet gegen sie. Der Winter war im Anmarsch, und danach würden wir kaum noch die Chance haben, sie zu finden. Pat Dorian vom Forstamt soll eine groß angelegte Suche organisieren. Ich habe schon oft nach vermissten Menschen gesucht. Dafür haben wir in Maine ein eigenes Team. Wir sprechen mit den Detektives, um so viel wie möglich zu erfahren. Worum es geht, um welchen Zeitraum, was ist über den Verdächtigen bekannt und was über das Opfer. Dorian gibt die Informationen über Russ Gorman in ein spezielles Kartenprogramm ein. Wo er gearbeitet und wo er sich sonst aufgehalten hat. Und auch Amys Wohnort. Dann lässt er die Entfernungen berechnen, die Gorman zurückgelegt haben kann. Zwischen Viertel vor zwei, als er mit Amy fortging, und vier Uhr morgens, als Grazier ihn im Bad getroffen hat. Es gibt 17 Gebiete, in denen er die Leiche abgelegt haben könnte. Allerdings hat die Polizei nicht die Zeit, alle zu überprüfen. Es war ein riesiges Gebiet. Als letzten Versuch, das Gebiet einzugrenzen, lässt Detective Jan Gormans Wagen suchen. Wir haben eine Suchanfrage über das NCIC laufen lassen. Das ist die zentrale Verbrecherdatenbank der USA. Sobald man in eine Polizeikontrolle gerät oder das Kennzeichen gesucht wird, erscheint das im System. Das Ergebnis ist verblüffend. Ich konnte es nicht glauben. Ich musste das Datum zweimal checken. Russ Gorman war in der Nacht von Amys Verschwinden um 3.15 Uhr von der Polizei Westport angehalten worden, weil sein Scheinwerfer nicht funktionierte. Ich sagte, schaut euch die Uhrzeit an. Das war's. Eine extrem wichtige Information, die Gormans gesamte Geschichte in sich zusammenfallen ließ. Damit schrumpft das Zeitfenster, das Gormans für den Mord zur Verfügung hatte, auf nur noch 90 Minuten. Auch das abzusuchende Gebiet ist dadurch wesentlich kleiner. Amys Wohnort fiel weg und auch ein Großteil der Gebiete an der Interstate, die wir hätten durchkämmen müssen. Schließlich haben wir den möglichen Fundort auf einem Gebiet in einem Umkreis von 8 Kilometern eingegrenzt. Am Sonntag, den 8. Dezember, sieben Wochen nach Amys Verschwinden, beteiligten sich mehr als 100 Menschen an der Suchenahe. Und die gingen das Gebiet ab, alle nebeneinander in derselben Richtung, mit GPS und Kompass. Es wird bald schneien. Wenn sie sie heute nicht finden, wird sie nie wieder auftauchen. Wir hatten schon fast keine Hoffnung mehr. Wir haben nicht daran geglaubt, sie noch zu finden. Um 13.30 Uhr spürt einer der Suchenden den Boten unter sich nachgeben. Es sah aus, als sei kürzlich dort gegraben worden. Er sah etwas, das wie Spuren eines Spatens aussah. Da hat er dann die Hundeführer verständigt. Als der Leichenspürhund am Grab anschlug, machte Danny Young eine Testgrabung. Ich habe etwa 40 Zentimeter tief gegraben und spürte da etwas. Ich wusste, das ist ein Teil von einem grauen Sweatshirt. Wir wussten, dass sie das in jener Nacht angehabt hatte. Letzten Endes hatte die Leiche der armen Amy St. Laurent in ihrem Grab berührt. Wir hatten uns solche Sorgen gemacht, dass wir sie vielleicht nie finden würden. Es war kaum zu glauben, wie es dann gelaufen ist. Selbst nach all der Zeit läuft es mir noch kalten Rücken runter. Da sich das Wetter verschlechtert, muss die Leiche schnell exhumiert werden. Chefpathologin Margaret Greenwald ist vor Ort. Wir haben das Erdreich etwa 20 Zentimeter tief abgetragen und stießen auf ein großes Holzbrett. Direkt darunter lag die Leiche, in etwa 60 Zentimetern Tiefe. Einerseits war ich sehr froh. Andererseits wusste ich, ich muss Diane nun mitteilen, dass ihre Tochter im Wald vergraben wurde. Es platzte aus mir raus. Wir haben sie gefunden. Sie wurde begraben. Ich weiß noch nicht, wie sie getötet wurde. Aber wir haben sie. Sie kommt nach Hause. Da waren die Trauer und der Schmerz darüber, dass man sie nicht lebend gefunden hatte. Aber ich empfand auch Erleichterung darüber, dass wir jetzt nicht mehr in der Ungewissheit leben müssten, wo sie nur war. Und noch während wir Amys Leiche freilegten, fiel der erste Schnee. Da hatten wir das Gefühl, wir werden diesen Fall zu einem Abschluss bringen. Die Ermittler hoffen, dass Amys Fundort die dringend benötigten Hinweise auf ihren Mörder liefert. Es gab Anzeichen auf stumpfe Gewalteinwirkungen im Gesicht und am Mund. Auf der linken Seite des Schädels befand sich eine runde Bruchstelle, wie sie für eine Schussverletzung typisch ist. Angesichts der Insekten, die wir an der Leiche fanden, war klar, dass sie eine Zeit lang im Freien gelegen hatte, ehe sie vergraben wurde. Die zum Teil entkleidete Leiche deutet auf einen sexuellen Übergriff. Die Ermittler finden jedoch keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Russ Gorman in die Tat verwickelt war. Wir konnten keine DNA sicherstellen. Wir hatten die Mordwaffe nicht. Und eine Menge Beweise waren aufgrund von Zersetzung oder anderer Faktoren verloren gegangen. Die Polizei wird mit einer erschütternden Wahrheit konfrontiert. Vielleicht wird sie Amys Mörder nie kriegen. Dann aber bricht Tammy Westbrook, die Mutter des Verdächtigen, doch noch ihr Schweigen. Sie erzählt, dass ihr Sohn sie gerade aus Alabama angerufen hat. Ihre Aussage ist erschütternd. Er hat ihr gestanden, was er getan hatte. Er sagte, ich habe sie erschossen. Ich habe ihr in den Kopf geschossen. Nur der Täter und die Gerichtsmediziner konnten wissen, dass ihr in den Kopf geschossen worden war. Darum wussten wir, er war's. Die Polizei von Alabama fährt zu Gorman, der sich allerdings erst nach 5,5 Stunden ergibt. Er hatte sich im Haus verbarrikadiert und sich zwei Waffen an den Kopf gesetzt. Das volle Programm. Wir dachten erst, er bringt sich um. Hatte aber nicht. Letzten Endes tauschten sie mit ihm eine Zigarette und ein Stück Pizza oder so gegen die Waffen und dann haben sie ihn festgenommen. Herakles und Young fahren zu einem letzten Verhör in Richtung Süden. In der Hoffnung auf ein Geständnis oder eine erneute Falschaussage. Er hat wieder gesagt, ich habe sie abgesetzt, bin zurück nach Hause, das war's. Herakles erzählt Gorman, er wüsste von dem Vorfall mit dem Scheinwerfer und erwischt ihn damit eiskalt. Da wollte er dann einen Anwalt und nicht mehr mit uns sprechen. Die Polizei bereitet den Fall für die Staatsanwaltschaft vor. Tammy Westbrook bezeugt vor einem schworenen Gericht das Geständnis ihres Sohnes am Telefon. Die Ermittler glauben nun zu wissen, was am Abend des 20. Oktober 2001 passiert ist. Amy wollte einen unbeschwerten Abend genießen. Sie konnte nicht wissen, dass der charmante Russ Gorman in Wirklichkeit ein echtes Raubtier war. Bestimmt hat sie erst gezögert, mit Gorman mitzufahren. Aber er hat sie dazu überredet. Sie war verzweifelt und brauchte eine Fahrgelegenheit. Gorman hat sie nicht zum Club zurückgebracht. Wenn er sie wirklich fahren wollte, hatte das auch seinen Preis. Er wollte sich an sie ranmachen. Aber er hatte sich die Falsche ausgesucht. Sie wehrte sich. Er schlug ihr ins Gesicht. Das beweisen die Knochenbrüche und ein abgebrochener Zahn. Vielleicht stand sie auch unter Liquid Ecstasy oder Rohypnol. Diese K.O.-Tropfen, die bei Vergewaltigungen zum Einsatz kommen. Dann hat er sie mit vorgehaltener Waffe auf vertrautes Terrain gebracht. In die Nähe des Hauses seiner Mutter. Und versucht sich an ihr zu vergehen. Er hat es nicht geschafft, ihr die Unterwäsche auszuziehen. So hat sie sich gewehrt. Da ist ihm wohl die Sicherung durchgebrannt. Und er hat sie erschossen. Gorman hatte Amy St. Laurent umgebracht, kurz bevor ihn die Streife angehalten hat. Am nächsten Tag hat er sich die Schaufel ausgeliehen, ist zurückgefahren und hat sie vergraben. Der Grund, warum er das Haus nicht verlassen hat, als sein Freund anrief, um zu sagen, dass Amy gefunden wurde, war die Lage des Tatorts. Er brauchte nur aus dem Fenster zu sehen, um zu wissen, dass da keine Polizei war. Gorman wird überführt. Anhand seiner Lügen und weil er Amy so hastig verscharrt hat. Als der Fall jedoch ein Jahr später vor Gericht kommt, scheint sein Schicksal alles andere als besiegelt. Es war ein Indizienprozess. Wir hatten keinen DNA-Beweis und auch die Mordhafe nicht. Darum war die Aussage von Jeffrey Gormans Mutter, Tammy Westbrook, so wichtig. Im Zeugenstand droht Westbrook, den Prozess zu Fall zu bringen. Angeblich habe sie keinerlei Erinnerung mehr an das telefonische Geständnis ihres Sohnes, das sie doch erst vor wenigen Monaten vor einem geschworenen Gericht bezeugt hatte. Sie meinte sich an gar nichts mehr zu erinnern. Ich habe gesagt, sie hat das unter Eid ausgesagt. Ich habe das auf Band. Es wird die Anweisung erteilt, die Aufzeichnung ihrer ersten Aussage unter Eid vor Gericht abzuspielen. Russ Gorman wird des Mordes schuldig gesprochen. Die Familie von Amy St. Laurent war im Saal. Man hörte Menschen nach Luft schnappen, aber auch vor Erleichterung weinen. Gorman hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Russ Gorman wird zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wird nie wieder jemandem Schaden zufügen können. Wir haben den Fall mal als Team gelöst und für die Familie zu einem Abschluss gebracht. Ich nehme an, sie haben begriffen, was für ein Mensch sie war. Diane Jenkins hat die Amy St. Lawrence Stiftung gegründet, die der Prävention von Gewalt gegen Frauen und Kinder dient. In der Nähe ihres Zuhauses steht nun eine Gedenkstätte zu Ehren von Amy. Man kann sein Bestes geben, um die eigenen Kinder zu anständigen Menschen zu erziehen. Aber man hat eben keine Kontrolle über die anderen. Ein brutaler Mord erschüttert eine kleine Stadt. Mord ist in dieser Gemeinde unvorstellbar. Eine junge Frau wird kaltblütig erschossen. Dass neun Schüsse abgefeuert werden, ist selten. Die Indizien weisen auf einen untreuen Ehemann hin. Er war in dieser Nacht bei seiner Geliebten. Wie ein typisches Vorstadtdrama. Wieder einmal ist es die Forensik, die den Täter schließlich überführt. Im Bundesstaat New York einen verzweifelten Notruf. Ich heiße Paul Solomon. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich glaube, meine Frau ist tot. Sie liegt blutend auf dem Boden. Mr. Rawlins! Mr. Rawlins, ich brauche Hilfe. Ich glaube, sie ist tot. Ich glaube, sie ist tot. In dem sonst so friedlichen Wohngebiet wimmelt es bald von Polizei. Für Richard Constantino ist es der erste große Fall als Chief Detective. Sie lag auf dem Rücken. Haare und Oberkörper waren voller Blut. Sie trug Jogginghosen und ein T-Shirt. Die Wohnung befand sich in einem chaotischen Zustand. Kleidung und Zeitungen lagen herum und der Fernseher lief mit voller Lautstärke. Bei dem Opfer handelt es sich um Betty Jean Solomon. Neben ihrem Kopf liegt ein Handschuh und auf der anderen Seite des Körpers eine Sporttasche. Das Wohnzimmertelefon ist tot und das Kabel herausgerissen. Den Blutspuren zufolge wurden mehrere Schüsse auf sie abgegeben. Der zweite Ermittler vor Ort ist Detective Kevin Morgan. Niemand hatte Schreie oder Schüsse gehört. Das war bei der Anzahl der abgefeuerten Schüsse schon erstaunlich. Vielleicht ein Schalldämpfer. Wer hat sie gefunden? Der Ehemann. Paul Solomon ist 41 Jahre alt und Lehrer einer sechsten Klasse. Betty und er sind seit 19 Jahren verheiratet. Tochter Kristen ist derzeit im Skiurlaub. Angeblich war er den ganzen Abend beim Bowling. Stell dir vor, die Kollegen haben zugelassen, dass er sich das Blut von den Händen wäscht. Was? Wo ist er? Nach Aussagen des Ehemanns hat sich seine Frau, von Beruf Finanzmanagerin, abends gern vor dem Fernseher mit romantischer Lektüre entspannt. Er kann sich nicht vorstellen, dass ihr jemand nach dem Leben trachten sollte. Was ist passiert? Wo waren Sie heute Abend? Paul Solomon war fast den ganzen Tag mit seiner Frau zusammen. Um 16.30 Uhr war er zum Bowling gegangen und um 23.30 Uhr zurückgekehrt. Als er seine Frau auf dem Boden liegen sah, glaubte er, sie sei vor dem Fernseher eingeschlafen. Erst als er sie umdrehte, sah er, was passiert war. Es gab keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Für mich war er nur ein trauernder Ehemann. Routinemäßig wird seine Kleidung als Beweismittel mitgenommen. Auf ihr befindet sich Blut von seiner Frau. Die Spurensicherung durchkämmt den Tatort. Jedes noch so kleine Detail wird festgehalten. Der Rechtsmediziner untersucht den Leichnam von Betty Jean Solomon. Die Hände werden verpackt und später auf mögliche Abwehrspuren untersucht. Sie könnten helfen, den Täter zu überführen. An der Hand wurden einige Fasern sichergestellt. Auch der Handschuh neben ihrem Kopf wird auf Blutspuren untersucht. Jedoch ohne Erfolg. Da wir keine Einbruchsspuren fanden, mussten wir davon ausgehen, dass sie jemanden ins Haus gelassen hatte. Wenig Hinweise für die Beamten. Daher konzentrieren sich die Ermittlungen zunächst auf Paul Solomon. Wir haben uns noch einmal eingehender mit seiner Aussage beschäftigt. Denn Paul Solomon war zu diesem Zeitpunkt unser Hauptverdächtiger. Er hatte das Opfer zuletzt lebend gesehen. Und er hatte die Leiche gefunden. Die Polizei beginnt an seiner Geschichte zu zweifeln. Er kam uns irgendwie verdächtig vor. Er machte nicht den Eindruck eines Mannes, dessen Frau gerade mit mehreren Schüssen getötet worden war. Man sollte meinen, er wäre außer sich. Keine gute Idee, sich die Hände noch am Tatort zu waschen. Da war Blut dran. Das Verhör dauert Stunden. Paul Solomon bleibt bei seiner Geschichte. Doch die Polizei ist skeptisch. Er wirkte wie ein Mann, der etwas wusste, es aber nicht sagen wollte oder konnte. Ich hoffe sehr, der Betreiber der Bowlingbahn kann bestätigen, dass sie fünf Stunden lang dort waren. Fünf Stunden, Paul. Das ist eine lange Zeit. Unter dem Druck der Fragen ändert er seine Aussage. Er gibt zu, dass er die Bowlingbahn kurz nach seinem Eintreffen wieder verlassen hat, um sich in der Bar Treetops mit einer Frau zu treffen, mit der er seit zwei Jahren eine Affäre hat. Sie unterrichten beide an derselben Schule und sie hatten sich an diesem Nachmittag telefonisch verabredet. Ich hoffe, sie ist gut im Bett. Wie heißt sie? Carolyn. Carolyn Worms. Damit hat Paul Solomon ein klassisches Mordmotiv. Wollen Sie sonst noch etwas sagen? Nein. Ich fragte ihn, Sie fahren nach Hause, bringen Ihre Frau um und treiben es gleich danach mit Ihrer Freundin? Das kommt nicht gut. Unsere Ehre war nicht gut, aber ich bin kein Mörder. Detektiv John Bonajuto geht dieser neuen Spur nach. Vielleicht kann die geliebte Information zur Aufklärung des Falles beisteuern. Sie öffnete uns die Tür im Nachthemd. Miss Worms, wir brauchen Ihre Hilfe. Es geht um Paul Solomon. Paul Solomon? Ja, Sie kennen ihn doch. Was hat er getan? Die 25 Jahre alte Lehrerin wird zur Befragung aufs Revier gebracht. Bei mir fühlte er sich lebendig. Er konnte seine Frau wegen Kristen nicht verlassen. Sie erzählt dem Beamten von ihrer leidenschaftlichen Beziehung zu Paul Solomon. Und Sie waren an dem fraglichen Abend zusammen? Angeblich ist sie an dem Abend mit Paul Solomon im Treetops gewesen. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich ziemlich oft dort trafen. Sie sagt weiter aus, dass Paul bereits auf sie wartete, als sie um 19.45 Uhr dort eintraf. Und dass sie bis 23 Uhr zusammen waren. Währenddessen wird auch Paul Solomon weiter verhört. Doch außer, dass er seine Affäre zugibt, bekommen die Beamten nichts aus ihm heraus. Mein Partner und ich versuchten irgendein Eingeständnis aus ihm heraus zu bekommen. Oder ein Geständnis. Das ist es! Da tauchte Gary Pillasdorf auf und verbot uns jede weitere Befragung. Mein Klient ist nicht zu sprechen. Lass uns gehen, Paul. Er war nicht nur sein Anwalt, sondern auch sein bester Freund. Detektivs? Seine Affäre mit Carolyn Wormus ist für die Polizei nicht nur ein Mordmotiv. Jetzt ist er auch ihr Hauptverdächtiger. Dass er zur Tatzeit mit seiner Geliebten zusammen gewesen sein will, machte ihn nur noch verdächtiger. Am darauffolgenden Morgen wird der Tatort erneut untersucht. Vielleicht findet sich doch noch ein Hinweis, der Paul Solomon als Mörder überführt. Forensikexperte Dr. Peter DeForest interessiert sich besonders für Patronenhülsen und Geschossfragmente, da sich damit die Tatwaffe ermitteln lässt. Die Polizei rief mich an, nachdem die erste Tatortbegehung bereits abgeschlossen und die Leiche abtransportiert worden war. Neun Schüsse wurden abgefeuert. Doch die Polizei hat nicht alle Patronenhülsen gefunden. Auf dem Boden lag ein Handschuh. Ich nahm ihn hoch und legte ihn auf den Tisch. Dann sucht er weiter und findet tatsächlich das fehlende Beweisstück. Alle Hülsen und Geschossfragmente wurden als Beweismaterial sichergestellt. Danach versuchte Dr. DeForest, die Schussbahn zu bestimmen. Der Ballistikbericht gibt nicht nur Auskunft über das Modell der Tatwaffe. Mikrofeine Spuren liefern einen weiteren wichtigen Hinweis. Die unregelmäßigen Kratzer am Geschoss deuten für gewöhnlich auf einen Schalldämpfer hin. Die Frau war mit 25 Kaliber Munition und mit Schalldämpfer erschossen worden. Insgesamt waren neun Schüsse abgegeben worden. Außerdem hatte sie Schlagverletzungen am rechten Ohr. Damit ist die Mordwaffe identifiziert. Laut Autopsiebericht wurde Betty Jean Solomon vor 23.30 Uhr ermordet. Damit hätte der Ehemann Zeit gehabt, sie zu erschießen, nachdem er zum Bowling gegangen war und bevor er sich mit seiner Freundin zum Dinner traf. Das würde auch das Fehlen von Spuren eines gewaltsamen Eindringens erklären. Die Polizei vermutet, er hat seine Frau hinterrücks erschossen und dann den Tatort präpariert. Er dreht den Fernseher lauter, um zu verhindern, dass weitere Schüsse gehört werden. Und reißt das Telefonkabel heraus, damit alles nach einem Einbruch aussieht. Dann eilt er zu seiner Verabredung in der Bar. Was ist denn mit dir los? Du hast mir so gefehlt. Als er Stunden später nach Hause kommt, spielt er den gramgebeugten Ehemann. Und ruft voller Panik den Notruf an. Doch es fehlt jeder handfeste Beweis, um diese Theorie zu stützen. Weder findet man die Mordwaffe, noch gibt es Spuren von Schießpulver an der Kleidung von Paul Solomon. Nichts, was ihn mit einer Schusswaffe in Verbindung bringt. Entschlossen, die nötigen Beweise beizubringen, befragen Richard Constantino und seine Männer die Nachbarn. Sie wollen wissen, wie Betty Jean Solomon die letzten Tage und Abende verbracht hat und machen sich ein Bild über die Familie. Wir haben alle befragt, mit denen sie in den letzten Tagen gesprochen hatte. Doch die Ermittlungen geraten ins Stocken. Bis zu dem Tag, als der Bericht eines Notrufs auf seinem Tisch landet. Abgesetzt aus dem Haus von Paul Solomon am Abend des Mordes. An jenem Abend ging bei der Vermittlung einer Telefongesellschaft in New York City gegen 19.15 Uhr ein Notruf ein. Eine Frauenstimme sagte, er oder sie versucht mich umzubringen. Dann war die Leitung tot. Weil alles so schnell ging, konnten sie nicht verstehen, ob sie er oder sie gesagt hatte. Dieser Notruf legt die Tatzeit eindeutig auf 19.15 Uhr fest. Und er bestätigt den Verdacht der Polizei. Paul Solomon konnte seine Frau erschießen und trotzdem um 19.30 Uhr im Restaurant sein. Richard Constantino glaubt, Betty hat er gesagt und damit ihren Ehemann gemeint. Der Detektiv lässt seinen Hauptverdächtigen überwachen und hofft auf irgendein Indiz, das seinen Verdacht bestätigt. Vergebens. Im Verlauf weiterer Ermittlungen stellt sich heraus, dass Paul Solomon nicht der Einzige war, der eine Affäre hatte. Auch Ehefrau Betty ging eigene Wege. Wir haben mit Bekannten und Arbeitskollegen gesprochen. Dabei wurde auch eine Affäre mit einem ihrer Chefs erwähnt. Er hatte dann bestätigt, dass sie sich seit etwa zehn Jahren trafen. Vielleicht hatte sich das Verhältnis abgekühlt und ein tödliches Ende gefunden. Doch der Mann hatte für den fraglichen Abend ein bombensicheres Alibi und kam als Täter nicht in Frage. Auch Paul Solomons Anwalt gerät ins Visier der Ermittler. Wir bekamen Hinweise über eine mögliche Affäre mit Betty Jean Solomon. Auch das war eine Sackgasse. Und wir mussten auch Gary Pillasdorf von der Liste der Verdächtigen widerstreichen. Und zwar sehr bald. Paul Solomon bleibt nach wie vor der Hauptverdächtige. Aber nicht er ist es, der das Misstrauen der Polizei erregt. Das Auftauchen von Carolyn Wormos auf Bettys Beerdigung finden die Beamten mehr als befremdlich. Es war schon merkwürdig, dass sie eine Affäre mit Paul Solomon hatte und zur Beerdigung seiner Frau erschien. Ich fand es unmoralisch. Bei der Polizei fragt man sich, ob Betty die Rivalin aus dem Weg haben wollte. Ihre Nachforschungen ergeben, dass sie aus einem begüterten Elternhaus stammt, aber eine schwierige Kindheit hatte. Die Mutter war Alkoholikerin, der Vater selten zu Hause. Einen Gesprächstermin mit Richard Constantino sackt sie in letzter Minute ab. Sie will sich mit der Polizei nur über ihren Anwalt unterhalten. Offenbar hatte sie was zu verbergen. Nun nehmen sich die Ermittler die Telefonlisten ihrer beiden Hauptverdächtigen vor. Paul Solomons Telefonate war nicht sehr aussagekräftig. Wir fanden nur Gespräche mit Personen, die wir schon kannten. Freunde, Familie. Bei Carolyn Wormos sah das schon ganz anders aus. Die Listen umfassten tausende Anrufe. Sie lebte praktisch nur durch das Telefon. Das Anrufprotokoll zeigt auch ein Gespräch mit Paul Solomon am Tag des Mordes. Es dauerte 55 Minuten. Laut Aussage von Paul Solomon ging es dabei nur um ihren Geburtstag und ein geplantes gemeinsames Abendessen, das er vergessen hatte. Im Zuge weiterer Ermittlungen finden die Beamten heraus, Carolyn Wormos hatte sich in aufdringlicher Art und Weise in die Familie Solomon hineingedrängt. Sie machte der Tochter teure Geschenke und nahm sie mit in den Skiurlaub. Sie tauchte regelmäßig ohne Einladung zum Essen auf. Betty Jean Solomon war alles andere als glücklich über diesen Familienanschluss. Ihr Verhalten, besonders gegenüber Ehemann Paul, wurde immer zu dringlicher und plump vertraulich. Und noch eine Telefonnummer taucht regelmäßig in der Liste auf. Sie gehört einem Privatdetektiv. Vincent Parco. Er sagt aus, Carolyn Wormos habe ihn vor zwei Jahren engagiert. Damals hatte sie eine Affäre mit einem verheirateten Barkeeper. Im Auftrag von Carolyn Wormos hatte er Erkundigungen über diesen Mann eingezogen. Sie wollte, dass er sich von seiner Frau trennt. Sie ließ sich von Parco in eindeutigen Posen fotografieren. Die Bilder wollte sie seiner Frau schicken, in der Hoffnung, sie würde sich scheiden lassen. Die Polizei erfährt immer haarsträubendere Einzelheiten aus dem Leben der jungen Frau. Sechs Jahre zuvor musste ein Gericht ihren ehemaligen Freund mit einer einstweiligen Verfügung vor ihren Nachstellungen schützen. Der junge Mann wollte eine andere heiraten, die daraufhin von Wormos bedroht wurde. Dann erfährt Richard Constantino, dass Carolyn sich einem unabhängigen Lügendetektortest unterzogen hat. Ihr Anwalt informierte mich per Telefon, dass sie nach dem Testergebnis mit dem Tod von Betty Jean Solomon nichts zu tun hatte. Wir wollten natürlich unseren eigenen Test machen und unsere eigenen Fragen stellen. Das wurde abgelehnt. Man wollte uns aber den Testbericht zusenden. Diese Vorgehensweise bestärkt die Ermittler nur in ihrem Verdacht, dass Carolyn Wormos die Mörderin ist. Doch dann wird der ohnehin schon komplizierte Fall noch nebulöser. Ca. 5 Monate nach dem Tod seiner Frau hatte Paul Solomon ein Verhältnis mit einer anderen, Barbara Bellow. Die Polizei wundert sich, dass der Ehemann schon so kurz nach dem Tod seiner Frau eine neue Beziehung eingeht. Doch es ist die Reaktion von Carolyn Wormos, die ihre Aufmerksamkeit erregt. Er machte mit seiner neuen Freundin Urlaub auf der Insel Puerto Rico. Als Carolyn davon erfuhr, reiste sie den beiden hinterher und versuchte, während des ganzen Fluges Paul Solomon in seinem Hotel zu erreichen. Sie hinterließ zahllose Nachrichten, in denen sie so tat, als sei sie die Person in seiner Begleitung. Sie ruft immer wieder an und schickt ihm langatmige Liebesbriefe. Ich bin hier genau wie verabredet. Sollte ich nicht da sein, hinterlass mir eine Nachricht, wo und wann wir uns heute Nachmittag treffen. In Liebe, C. Als Paul sich daraufhin nicht meldet, werden Carolyns Reaktionen zunehmend aggressiver. Sie beschuldigt und bedroht das Personal, das angeblich ihre Nachrichten nicht weitergegeben hat. Paul Solomon fürchtet um sein Leben. Er hatte gesehen, wie Carolyn Wormos ihm in der Lobby auflauerte und geriet in Panik. Er ließ sich zum Flughafen begleiten. Er floh regelrecht zurück nach New York, aus Angst, ihm könnte etwas zustoßen. Was kann mit ihm da passieren? Well, ich glaube nicht, er hat gecheckt! Carol Lynn, die nicht wahrhaben will, dass ihr Ex-Freund abgereist ist, ohne sie zu treffen, verliert völlig die Nerven. Allein im Hotel zurückgelassen, greift Carolyn Wormos zum Telefon und ruft die Mutter von Barbara Beller an. Sie gibt sich als Detektiv der New Yorker Polizei aus, der in einem Mordfall ermittelt. Wir machen uns große Sorgen um ihre Tochter. Der Mann, mit dem sie ausgeht, hat seine Frau mit einer 25-Kaliber-Waffe mit Schalldämpfer mit neun Schüssen getötet. Marie Beller informiert sofort die Polizei, die den Anruf bis zu Carol Lynn Wormos zurückverfolgen kann. Ihre Hauptverdächtige hat soeben einen schwerwiegenden Fehler begangen. Nur der Mörder und die Polizei kennen das Kaliber der Mordwaffe und wissen, wie viele Schüsse auf Betty Jean Solomon abgegeben wurden. Diese Details waren bis dahin nie veröffentlicht worden. Nun war ich fast 100% sicher, dass Carol Lynn den Mord allein begangen hatte. Was jetzt noch fehlt, sind die Beweise. Eine verzweifelte Carol Lynn Wormos kehrt von Puerto Rico nach New York zurück und begibt sich für eine Woche in psychiatrische Behandlung. Während Richard Constantino die Sachlage vor dem Hintergrund der letzten Erkenntnisse erneut unter die Lupe nimmt. Insbesondere der Notruf von Betty Jean Solomon beschäftigt ihn immer noch. Zum einen gab es weder am Telefon noch in der Nähe Blutspuren. Zum anderen nutzten die Bewohner von Westchester damals eine andere Notrufnummer. 1989 war die 911 in diesem Bezirk noch nicht eingerichtet. Daher hatten alle Anwohner einen Aufkleber mit einer siebenstelligen Notrufnummer bekommen. Nur wer in New York City lebte, konnte den Notruf über 911 erreichen. Vermutlich hatte Carol Lynn, die in New York City wohnte, diesen Anruf getätigt. Der Detektiv vermutet weiter, Carol Lynn wusste, dass ihr Lover zu diesem Zeitpunkt im Restaurant auf sie wartete. Und ein Anruf um 19.15 Uhr gab ihm ein perfektes Alibi. Aber er kann weder beweisen, dass Carolyn Wormus am Tatort war, noch kann er sie in irgendeiner Form mit der Tatwaffe in Verbindung bringen. Dann, im Oktober 1990, stoßen die Ermittler auf eine weitere Telefonnummer in Carol Lins Liste. Sie gehört Sheldon Carroll. Und es gibt auch eine Verbindung zu Vincent Parco. Er hatte als Privatdetektiv für Vincent Parco gearbeitet und ihm einen 25-Kaliber Beretter geschenkt. Rede, Mann, sonst landest du im Gefängnis. Wir wissen alles über die Waffe. Könnte das die Mordwaffe gewesen sein? Erneut wird Vincent Parco zum Verhör aufs Revier gebracht. Ich gebe dir noch eine Chance zu reden. Er gibt zu, dass er Carolyn Wormus die Waffe eine Woche vor dem Mord verkauft hat. Das ist das Magazin. Du schiebst es rein. Und du zielst niemals auf einen Menschen, es sei denn, du willst ihn töten. Er gibt auch zu, dass er ihr einen Schalldämpfer verkauft hat. Einfach draufschrauben. Hey, was habe ich gesagt? Er hatte den Schalldämpfer extra für diese Waffe von einem Mann namens George Peters anfertigen lassen. Die Polizei durchsucht den Laden des Mannes und findet ein Stück Holz, in dem Kugeln stecken. Sie stammen von den Testschüssen, die George Peters mit dem Schalldämpfer abgefeuert hat. Leider sind die Kugeln nicht mehr für eine Laboranalyse zu gebrauchen. Aber Richard Constantino hat Glück. Auf dem Boden liegt eine Patronenhülse. Unsere Ballistiker haben sie eindeutig als die gleiche identifiziert, die auch am Tatort sichergestellt wurde. Nun konnten wir das Puzzle zusammensetzen. Die Waffe ging von Vincent Parco zu George Peters, zurück zu Vincent Parco und dann zu Carolyn Wormus. Und eine Kugel aus dieser Waffe fanden wir am 15. Januar 1989 nach dem Mord in der Wohnung von Betty Jean Solomon. Die Ermittler untersuchen das Apartment von Carolyn Wormus nach der Waffe. Ohne Erfolg. Dafür entdecken sie einen stornierten Scheck, ausgestellt auf Vincent Parco. Und sie finden Abschiedsbriefe an Paul, in denen Carolyn sich bereit erklärt, die Schuld an der Ermordung seiner Frau auf sich zu nehmen. Aber Richard Constantino reichen die Beweise nicht. Er will einen bombensicheren Fall und geht nochmal alle Ermittlungen durch, auf der Suche nach dem alles entscheidenden Hinweis. Ich nahm die Tatortaufnahmen noch einmal genau unter die Lupe. Vielleicht hatten wir ja doch etwas übersehen. Und ihm fällt tatsächlich etwas auf. Auf dem Boden neben dem Sofa, in der Nähe des Körpers, schien ein Handschuh zu liegen. Er konnte jeden gehört haben. Betty Jean Solomon, Ehemann Paul oder Tochter Kristen. Es war nur ein einzelner Handschuh neben der Couch. Einer der Tatortermittler hatte ihn auf einen Tisch gelegt. Danach ist er nie wieder aufgetaucht. Ich konnte mich nicht erinnern, ihn mitgenommen zu haben und fragte mich, wo er geblieben war. Als erstes fragte ich im Labor nach. Im Labor ist er nicht. Also forscht der Detektiv nach dem Verbleib des Handschuhs. Er befragt alle, die mit dem Fall bisher zu tun hatten. Die Beamten gelangen mehr und mehr zu der Überzeugung, dass es sich hier um ein wichtiges Beweismittel handelt. Langsam kamen mir Bedenken und ich bekam Zweifel, ob wir die Ermittlungen richtig durchgeführt hatten. Frustriert widmet sich der Detektiv der Spur, die bislang am vielversprechendsten war. Die Telefonlisten von Carolyn Bormes. Er weiß bereits, dass sie am Mordtag 55 Minuten lang mit dem Ehemann des Opfers telefoniert hat und dass sie für diesen Abend verabredet waren. Im Verlauf des Gesprächs erfuhr sie, dass Betty an diesem Abend allein zu Hause sein würde, denn ihre Tochter war im Skiurlaub. Doch seit kurzem liegt der Polizei auch eine Liste von Carolyns Ferngesprächen vor. Aus ihr geht hervor, dass sie unmittelbar nach dem Telefonat mit Paul einen Waffenladen in New Jersey anrief. Es war schon ein seltsamer Zufall, dass sie am Tag des Mordes mit dem Waffenladen telefonierte. Zuerst spricht sie mit Paul Solomon und kaum hat sie aufgelegt, ruft sie in einem Waffengeschäft an. Die Angestellten erinnern sich zwar nicht an Carolyn Bormes, aber sie erinnern sich an eine Frau, die an dem Tag Kaliber 25 Munition gekauft hat. Die Frau hieß Lisa Kataai, blond und ca. 168 groß. Die Beschreibung passte ziemlich genau auf Carolyn. Sie hatte vor Jahren mit ihr zusammengearbeitet. Sie erzählt dem Beamten, sie hätte sich mit Carolyn angefreundet, weil sie beide etwas gemeinsam hatten. Sie trafen sich mit verheirateten Männern. Sie aßen gelegentlich zusammen und trafen sich privat. Als sie die Quittung aus dem Waffenladen sieht, leugnet sie dort gewesen zu sein. Die Unterschrift sei nicht von ihr. Sie gibt an, ihr Führerschein sei ihr gestohlen worden. Der Zeitpunkt des Diebstahls fällt in die Zeit des Mordes. Wegen der großen Ähnlichkeit hätte sich Carolyn mit dem Führerschein im Waffengeschäft leicht ausweisen können. Es legte die Vermutung nahe, dass Carolyn Wormes das Dokument zu diesem Zweck gestohlen hatte. Für Richard Constantino ist das der Beweis, nach dem er gesucht hat. Carolyn Wormes wird am 25. September 1990 wegen Mordes angeklagt. Die Polizei glaubt nun zu wissen, was an jenem Abend neun Monate zuvor wirklich passiert ist. Carolyn geht zum Haus, klopft an die Tür und Betty Jean Solomon öffnet ihr. Sie war vermutlich völlig arglos. Sie lässt sie rein, obwohl ihr Mann nicht zu Hause ist. Ich muss dich sprechen. Ich mache mir Sorgen um Kristen. Kann ich reinkommen? Kann ich rein kommen? Ja, sicher. Es ist ein bisschen verletzt, ich war nur auf meine Schäden. Plötzlich schlägt Carolyn sie mit der Waffe nieder und schießt. Nachdem sie die Rivalin ermordet hat, alarmiert sie den Notruf. Das legt die Tatzeit auf 19.15 Uhr fest. Dann geht sie ins Restaurant zu ihrem Liebhaber. Guess who? Hey, you. Hi. Der Fall macht Schlagzeilen. Der Prozess gegen Carolyn Wormus beginnt am 14. Januar 1991. Die Sensationspresse stürzte sich auf diesen Fall. Ein Affentheater. Ein wahrer Medienzirkus. Lisa Fantino berichtete damals über den Prozess im Radio und im Fernsehen. Das Medieninteresse am Fall Wormus war enorm. Der Film Eine verhängnisvolle Affäre war gerade in die Kinos gekommen und viele der Szenen spielten zufällig in Westchester. Männer betrügen ihre Ehefrauen. Doch durch den Film wurde das Thema in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Insbesondere, weil der Mann im Film sich ganz offensichtlich mit der falschen Frau eingelassen hatte. Staatsanwalt Douglas Fitzmaurice und sein Team sind sicher. Ihre Anklage ist gut vorbereitet. Nicht nur die Brutalität dieses Mordes machte Schlagzeilen, sondern auch der Ort, an dem alles geschah und die Menschen in diesem Fall. Ich wurde zum ersten Mal in meiner Laufbahn mit so einer Situation konfrontiert. Carolyn Wormus hat sich jeden Tag herausgeputzt und benahm sich wie ein Model, nicht wie eine Angeklagte. Auf den ersten Blick sah sie nicht aus wie Carolyn Wormus, die Mörderin. Schon gar nicht wie eine eiskalte Mörderin mit zwanghaft besitzergreifendem Charakter. Meine Damen und Herren Geschworenen, wir haben den Mörder von Betty Jean Solomon. Es ist die Angeklagte Carolyn Wormus. Der Staatsanwalt beschreibt die gescheiterten Beziehungen der Angeklagten. Und welche Reaktionen ihr Ende jedes Mal auslöste. Eine Besessenheit, die im Falle Paul Solomon zur Katastrophe führte. Es gab keine Sachbeweise, die sie mit dem Mord in Zusammenhang brachten. Keine Fingerabdrücke, kein Überwachungsvideo und kein Geständnis. Wir haben uns hauptsächlich darauf konzentriert, dass sie ein Mordmotiv hatte, ihre Affäre mit Paul Solomon. Sie war krankhaft auf ihn fixiert und wollte ihn für sich, konnte ihn aber nicht haben, solange er verheiratet war. Ich hatte Angst um mein Leben und um das von Barbara und Kristen. Ich war mir sicher, Carolyn hatte Betty Jean umgebracht. Auch Detective Constantino wird in den Zeugenstand gerufen und berichtet detailliert über den Verlauf der Ermittlungen. Vincent Parco sagt aus, dass er Carolyn Wormus die Waffe mit Schalldämpfer verkauft hat. Schließlich legt der Staatsanwalt das wichtigste Beweisstück vor. Aus dieser Telefonliste geht hervor, dass Miss Wormus am Mordtag um 15.02 Uhr im Waffenladen Rays Sports Shop angerufen hat. Der Staatsanwalt trägt auch seine Theorie vor, wonach Carolyn einen Führerschein gestohlen hatte, um Munition für die Waffe zu kaufen. Trotz fehlender Sachbeweise glaubt er genug in der Hand zu haben. Caroline Wormus wird durch David Lewis vertreten. Der Staranwalt hatte 1991 den panamaischen General Manuel Noriega vor einem amerikanischen Gericht vertreten. Meine Mandantin ist unschuldig, Punkt. Er nimmt die Glaubwürdigkeit der Zeugen der Anklage vor. Wir hatten keine handfesten Beweise und kein Geständnis und er stellte die Indizienbeweise infrage. Er ist ein sehr guter Anwalt. Die Verteidigung hat die Ermittlungsergebnisse der Polizei in der Luft zerrissen. David Lewis lässt Vincent Paco als Lügner dastehen. Geben Sie nicht so einen Kurs, wie heißt er gleich, wie bekommt man alles von jedem? Und haben Sie nicht zu Ihren Schülern gesagt, ich tue alles, lügen, betrügen oder stehlen, um an Informationen zu kommen? Sie ließen zu, dass ein Streifenbeamter Paul Solomon erlaubt hat, sich das Blut von den Händen zu waschen, richtig? Er konnte wesentliches Beweismaterial vernichten, das ihn mit dem Mord in Zusammenhang bringen könnte. Sie, Sir, waren der leitende Detective. Das stimmt. Und Sie haben versäumt, den fraglichen Handschuh als Beweisstück sicherzustellen. Vielleicht sind daran die Spuren des wahren Mörders. David Lewis wollte uns alle als unfähig hinstellen, so als wären wir nicht in der Lage, unseren Job zu machen. Doch es ist ihm nicht gelungen, die Polizei zu diskreditieren. Wir wussten, dass der verschwundene Handschuh ein Problem sein würde. Die Verteidigung hat eine andere Theorie. Ein Komplott gegen seine Mandantin. David Lewis behauptet, Carolyn wurde von den wahren Mördern, Vincent Parco und Paul Solomon, reingelegt. Er ruft zwei Männer aus dem Verbrechermilieu in den Zeugenstand. Einer sagt aus, Vincent Parco habe Monate vor der Ermordung von Betty Jean Solomon von ihm verlangt, er solle eine Frau umbringen. Der zweite behauptet, er habe zwei Männer, die sich Vincent und Paul nannten, am Abend des Mordes im Waschraum der Bowlingbahn bei einer Geldübergabe beobachtet. Ich habe die Waffe an der tiefsten Stelle in den Fluss geworfen. Treffen Sie das Mädchen? Eine zweifelhafte Theorie. Die Medien haben es nicht geglaubt. Aber der Verteidiger hat noch ein Ass im Ärmel, das Zweifel daran aufkommen lässt, dass seine Mandantin irgendetwas mit der Mordwaffe zu tun hat. Ein Beweisstück, das die ganze Theorie der Anklage erschüttert. Carolyn Wormis ist keine kaltblütige Mörderin. Das ist absurd. David Lewis sah den Geschworenen in die Augen und versprach, ihnen ein Beweisstück in die Hand zu geben. Etwas Greifbares. Etwas, über das sie diskutieren konnten und das die Unschuld von Carolyn Wormis bestätigen würde. Er legt der Jury eine Liste vor, bei der es sich, wie er sagt, um die wahre Liste von Carolins Ferngesprächen handelt. Und auf ihr taucht kein Telefonat mit dem Waffengeschäft auf. Wir waren verblüfft. Auf der Liste, die uns vorlag, war ein Anruf beim Waffengeschäft in Plainfield, New Jersey, registriert. Aber er erschien nicht auf ihrer Rechnung. Das war der unwiderlegbare Beweis, von dem David Lewis gesprochen hatte. Wir waren wie gelähmt. Jetzt mussten wir befürchten, dass das ausreichen würde, Carolyn Wormis zu entlasten. Es sah so aus, als sei die Liste der Staatsanwaltschaft eine Fälschung, um ihr den Mord in die Schuhe zu schieben. Als dieses Dokument von der Verteidigung eingebracht und der Jury übergeben wurde, wussten wir, dass wir beweisen mussten, dass diese neue Liste eine Fälschung war. Und dafür gab es in der Tat genügend Hinweise. Die Staatsanwaltschaft kann beweisen, dass ihre Liste echt ist und am Exemplar der Verteidigung Veränderungen vorgenommen wurden. Doch der Richter lässt beide Listen als Beweis zu. Die Geschworenen ziehen sich zur Beratung zurück. Ist Carolyn Wormis schuldig? Oder das Opfer einer Verschwörung? Insgesamt sprach alles für die Theorie des Staatsanwalts. Ich war sehr zuversichtlich. Als das Urteil verkündet wird, sind alle geschockt. Die Geschworenen kamen zu keinem einstimmigen Urteil. Der Richter plädiert auf einen ergebnislosen Prozess. Carolyn Wormis ist frei. Die Jury hat nicht gehört und gesehen, was Journalisten alles bei ihrer Arbeit erfahren. Und David Lewis hat es geschafft, genügend Zweifel zu sehen. Ich war völlig fertig. Monatelang hatten wir an unserer Anklage gearbeitet und uns alle Mühe gegeben, nur um jetzt vor Gericht zu scheitern. Kaum waren wir drei Schritte vorwärts gekommen, wurden wir zweieinhalb Schritte zurückgeworfen. Bei einer entscheidungsunfähigen Jury kann ein Mordfall erneut verhandelt werden. Bevor es zum zweiten Prozess kommt, wendet sich das Blatt zugunsten der Staatsanwaltschaft. Paul Solomon meldete sich bei der Polizei. Der gesuchte Handschuh war aufgetaucht und er gehörte weder ihm noch seiner Tochter. Er hatte in seinem Schrank gelegen. Endlich hatten wir ihn gefunden. Wir waren begeistert, als wir hörten, dass der Handschuh gefunden wurde. Und er sah genauso aus wie der, der vor Jahren verschwunden war. Er wird sofort ins Labor gebracht und auf eventuelle Spuren untersucht. Ich habe ihn unter ein Stereo-Mikroskop gelegt. Bei der guten Ausleuchtung kamen Blutflecke auf der Kaschmierwolle zum Vorschein. Anfangs konnte ich keine Blutflecken erkennen. Erst unter dem Stereo-Mikroskop wurden kleine Bereiche mit Bluttupfern sichtbar. Sie zeigten eine Art Muster, so als seien sie durch Kontakt mit einem anderen Objekt entstanden. Es konnten Finger gewesen sein. Bluttests verlaufen ergebnislos. Dann wird die Faser des Handschuhs mit der verglichen, die an Betty Jeans Solomons Finger gefunden wurde. Sie stimmen überein. Nun stellt sich die Frage nach dem Eigentümer des Handschuhs. Wir fanden heraus, dass der Hersteller eine Firma namens Chalimar war. Doch wo und über welche Firmen wurden solche Wollhandschuhe vertrieben? Es folgt das Studium von Quittungen und Bankbelegen. Und die Ermittler haben Erfolg. Jetzt konnten wir beweisen, dass Carolyn Wormis ein solches Paar Handschuhe gekauft hatte. Exakt das gleiche Modell und die Farbe, die am Tatort lag und die Paul Solomons gefunden hatte. Als Kristen Solomons auch noch bestätigt, dass Carolyn ähnliche Handschuhe bei einem gemeinsamen Skiurlaub getragen hat, ist der Staatsanwalt sicher. Diesmal ist der Fall eindeutig. Im Januar 1992 beginnt der zweite Prozess gegen Carolyn Wormis. Der Handschuh ist dabei nur ein Teil des Puzzles. Zusammen mit den anderen Beweisen besiegelt er das Schicksal von Carolyn Wormis. Sie wird des Mordes an Betty Jean Solomons für schuldig befunden und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Letzten Endes ist nun die Person im Gefängnis, die Betty Jean Solomons getötet hat. Ich frage mich, wie Paul Solomons heute mit all dem lebt und was aus Kristen geworden ist. Rückblickend muss ich sagen, es war eine wertvolle Erfahrung. Immer wenn wir in einer Sackgasse waren, fand Richard einen neuen Weg, eine neue Spur, der wir folgen konnten. Ich weiß nur eins, ich hätte mich am 15. Januar 1989 krank melden sollen. Nun sitzt die richtige Person hinter Gittern. Carolyn Wormis beteuert weiterhin ihre Unschuld. Aber eine Wiederaufnahme wird abgelehnt. 2017 kann sie erstmals einen Antrag auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung stellen. Dann ist sie 53 Jahre alt.